Ziegen ärgern erlaubt, aber Hände weg von den Hühnern. Das soll lockert Schieß, oder? Also wenn das kein Schieß ist... Also dann weiß ich es auch nicht! Hallo, greift den Abfalleimer! Ich kann halt nichts mehr machen. Ein HP. Er ist tot am Giftstirker. Oh! Man muss einfach nur, so wie ich, alles genau berechnen. Man muss einfach nur alles genau berechnen. Das hatte ich schon bei dem Turnier. Eintreffer und tot! Ich war zu kurz weg und dann diese. Ich hatte den Klauch noch einmal sehr übel. Bleint den Dorfohrner zu suchen, Beuhrer nicht zu Hause. Einmal vor kurzem hat sich noch alle evakuiert. Es geht ihnen nur noch raus, ich kann doch heilen. Das tut mir nein, immer zu belässen. Aber bitte hättest du in der Zeit noch einmal zu helfen. Sein Dorfohrner zu suchen, was ich muss mich heilen. Das war so klar, ey. Alter. Das Hörnchen braucht man bis zum Ende? Was ist das für ein Troll? Ich zeig euch mal was. Das ist die eine Seite. So. Das ist der Boss, den ich gerade besiegt habe. Der Roboter. Der Anfang des Dungeons. So, wir gehen jetzt auf die nächste Seite. Ich geh jetzt hier hin. Wir gehen auf die nächste Seite. Was kommt? Die Drachenechse. Killroy? Drachenechse. Wie wär's mal mit einer Map von dem ganzen Scheiß? Einfach mal die letzten zweieinhalb Stunden im Spiel. Die sind nicht so wichtig. Die müssen wir nicht in den Berater packen. Da kommt irgendwann der Boss. Du gehst einfach weiter und irgendwann kommt der Boss. Die Map ist da runter. Ach so. Ist das so? Oh, dann sag ich nix. Oh, Tatsache. Ja komm, aber wir verbirren uns. Ich kann die Sounds nachstellen, ja. Boxing Day. Ey, was ist mit dem Sound los? Das ist echt komischer Wacken. Da ist er! Jetzt sterbe ich. Ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt sterbe ich. So dumm, das Game. Messer. Messer kaputt. Oh, alle B. Alle kaputt. Jo. Oh, das war aber richtig nice. Oh mein Gott. Das ist so lecker. Zum Glück hab ich sie jetzt aufgenommen. Die kommen nie wieder B. Nein, die kommen nie wieder B. Wembre? Was? Was ist das? Da war ne Wand vor dem Pfeil. Was war das denn für ein schräger Troll? Okay. Das ist geschnackt. Physikalische Beweis, der offizielle, oder? Ist ja immer so, dass man Sachen beweisen muss. Ich glaube, offizieller Beweis, warum das einfriert, ist Druck und so. Ich glaub, so steht das in den Lehrbüchern. Das ist wie in der Mathematik, wenn da die ganzen, diesen Satz des Pythagoras, wenn der bewiesen werden muss, dann ist es meistens auch nur Jahr Rechnung und so. Das sieht aus wie ein Mien. Mein Gott. Einmal ein Autounfall hat der gehabt. Das Wichtige ist doch, dass das trotzdem noch Mario ist. Wie viel Oberflächlichkeit vermittelt dieses Scheißspiel? Es ist doch, es geht doch darum, dass dieselbe Person ist. Auch wenn man mal ein verknautschtes Gesicht hat oder mal ein bisschen verschoben ist. Dann ist man doch immer noch derselbe. Das ist ein Scheißspiel. Das letzte Mal, dass er spielt. Das vermittelt falsche Werte. Yes. Star World Clear Level 1, weniger in sieben Minuten. Oh, wie dumm. Das sieht mich ducke, ist so dumm. Ninja, das war so stupid. Der Feuerball, habt ihr gesehen? Der war fucking drin. Spin. Ich zeige euch mal einen Flex. Ich dachte, der nimmt zumindest die Strecke auf den Boden. Ich wusste nicht, dass ich nicht springen darf. Aber ich glaube noch nicht mal, dass Ü60 das mag. Das ist Quatsch. Das ist verarsche. Das mag keiner. Francherie tiptop. Boah, hebelhaft. Wirklich. Also Leute, wenn ihr wirklich so drauf seid, dann verlasst jetzt den Channel hier. Da muss man auch ein bisschen mal durchgreifen, finde ich. Ich bin ja sehr tolerant. Aber irgendwo ist die Grenze. Mein Gott, guckt euch das an. Ey, ich hasse die... Ich hasse den! Mein Gott, ich hasse diesen Kampf. Elektriker, ich arbeite als Elektriker, Elektriker. Elektriker, ich arbeite als Elektriker, Elektriker. Ich geh schon wieder in den Kцевern raus. Gut, ich mache das noch nicht. Oh nein. Dann mit miragen ist er geht es nur zweifeln. Ich will, wie passiert hier? check den pleas. Einmal knacken. weil man hier richtig denken muss. Hier muss man jetzt ganz kreiseskrank denken. Das ist wieder Twilight Princess. Weil man hier richtig denken muss. Das ist nichts für uns, ne? Nee, nee, nee. Wir brauchen eine Batterie. Können wir jetzt einigen, dass es... Rieh bitte runter, bitte. Wie steht die da? Wie kann... Ist das eine prima Ballerina? Ist Toadette eine prima Ballerina und kann mit dem Zähnagel an der Kante stehen? Ja, komm! Ey! Dieses Game ist einfach kompletter Müll. Hey, gib mir Rupees. Was zur Hölle? Dieses Spiel baitet so hardcore rein mit den dämlichen Truhen und dann ist da immer nur ein Abfallprodukt drin. Warum? Wow, ist das krass. Das ist Genialität gemischt mit absolutem Schmutz. Ja, das sind Füßen. So und so stand das Ding halt und dann habe ich es natürlich mit dem Bild nach oben reingetan. Das sind Füßen. Ja, macht schon Sinn. Also, natürlich macht das Sinn. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Diese Plattform, was ist das für eine Opferplattform? Also, die ist ja im Müllhaufen. Die ist ja aus einem Schottplatz. Also, die ist ja wirklich... Also, die ist ja wirklich... Also, die ist ja wirklich... Guck mal, diese Plattform. Ja, Mann! Oh! Ohuhuhu! Alle sind nicht zur Uni gegangen später. Ich hatte sogar mal... So ein echter... Das klingt jetzt richtig eklig, aber so war es. Ich habe mal... Da hat sich so ein Pilz entwickelt, weil mein Immunsystem so runtergefahren ist. Das ist kein Scheiß. Glaubt ihr das? Ja, Mann, ja. Ey, 19 Stunden gespielt, ne? Dann nur kurz ins Bett aufgestanden. Nur scheiße gefressen, scheiße geworfen. Ja. Mein Körper war komplett am Arsch. Also, W.O.W. gefährlich. Ja, Mann. Diese Ecke! Mann! Das ist so schlecht, Junge! Mach die doch raus! Die hat überhaupt... Die hat gar kein Bewandnis, diese Ecke. Die Ecke ist so bescheuert in dem Level. Die hat gar keinen Zweck. Die ist in einem Bereich, wo ich mich überhaupt nicht bewege. Warum muss die da sein? Der ist viel zu tief, die Wand. Und... Die Ecke ist so beschissen einfach. Apostel. Ist deine Anwesenheit eigentlich nach Trill-Scherz? Ist deine Seele überhaupt nach Trill-Scherz? Die ist real. Die bleibt. Nicht für immer. Ich setze durchaus auch noch eine andere auf, aber... Ja, die ist neu und ich mag sie. Und jetzt verschwinde hier. Das war so eine richtige komische Sendung. War so ein bisschen wie Wrestling. Also auch so eine kleine Soap eigentlich war das. Gravedigger. Ja, der war schon stark, ne? Den gab es noch. Carolina Crusher gab es noch. Hacking die Zaubertrolle. Carolina Crusher auch heftig gewesen. Bigfoot. Oh ja. Hier dann irgendwie sowas wie die Eliminator oder sowas. Hat ein Müll, das war, ne? Aber irgendwie lustig. Wenn ich mal irgendwann ein Kind in den Kindergarten schicke, bin ich immer einer von den Vätern, die sich gerne mit allen anlegen. Der sich gerne mit allen anlegt. Da wäre ich Fan von. Und wenn ich meinem Kind eine Capri-Sonne mit in die erste Klasse geben will, und dann kommt die Mama von Sören und die Mama von Florian und meldet das der Lehrerin, damit es dann einen Elternsprechtag gibt, da wäre ich so dabei. Da wäre ich so dabei. Ich würde immer sagen, wenden Sie mal, ich als Pädagoge habe folgende Meinung dazu. Mein Kind würde auch ein Nutella-Brot mit in die erste Klasse bekommen und nicht nur eine Kohlrabi mit einer Möhre. So. Hallo? Hallo? Wir sind zu nah dran. Hallo? 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 Klinge ich jetzt eigentlich sehr scheiße? Nein, nicht da lang. Geh rein in den Mülleimer! Na, so eine kleine Latte hätte ich gerne. Und dann so ein Fuß. Kleiner Fuß. Wie gut ist ein kleiner Fuß? Uuuuhu! Uuuuhu! Der Sale war auch ekelhaft. Und dann noch das Ende. Ich wusste gar nicht, dass da ein Kaizo ist und nichts nicht um. Die Jungen nehmen doch den Ball, du dummer Grino-Spacken. Der schlägt immer auf. Oh, dann hat der jetzt aber rausgeholt. Die Flakke hätte ich auch mal so eine Scheiße gehabt. Ja! Das war alles. Es war perfekt mit der Wombe. Es war perfekt mit der Wombe vorher. Danke. Alles so drin. dieser Folle hier ist kein Spielzeug. Leute, wenn ihr das jetzt bekommt, achtet darauf, dass ihr das nicht aufässt. Ganz wichtig. Steht extra hinten drauf. Mein Gott. Was für ein Scheiß. Mir fehlen die Worte. Was für eine Kacke. Was für eine Kacke. Nur wenn wieder irgendein Hayopai denkt. Warte mal, ich mach doch kein so. Da muss man doch am Ende immer Troll machen. Ja. Dadurch wird's auch mega dein Level. Roomtour-Video kommt morgen und darf ich nachfolgen. Mario Grand Prix. Klarmarker, bist du ready? 100 Runden, Babypaar. Klarmarker, Junge. Morgen 100 Runden. Traffkind, ich hab die... Ich konnt's nicht mehr erwarten, dass du kommst, endlich. Danke, ey. Endlich ist es soweit. Danke, Mann. Ich hab die ganze Zeit gezittert. Von Nervosität. Aber jetzt ist es soweit. Danke. 12 HP. Wenn sie stirbt, wird's teuer. Das ist jetzt kein Level ab. Da muss ich das Bonbon nehmen. Ah, wetten jetzt beim nächsten Gegner kommt Level ab. Wetten ist es halt klar. Es wird halt so klar sein. Es war so klar beim nächsten Gegner. What the fuck? Also es ist jetzt nur ein Bonbon. Ist ja nicht schlimm, aber beim nächsten Gegner? Wenn es jetzt wenigstens drei gewesen wären oder so. Also, es ist so lächerlich. I-85, das ist das falsche Baujahr. Tut mir leid. Wird gelöscht. Flangu! Übertreib nicht hier mit dem Oos, ne? Hallo! Hä? Hä? Was? Was ist geschehen? Ja, joh! Den Tickerson kann ich hier mit dir... Sonst noch was machen können? Müsst du nur sagen. Oh Gott, das ist doch der auch noch. Da werden auch wieder so viele abkotzen. Ach, du Scheiße. Was ist das für ein Ende? Komm schon! Das war doch jetzt ein Joke. Ey, komm! Oh Mann! Man wird einfach aggressiv. Ich lasse es doch nicht los! Es ist einfach müllig. Es ist auch so müllig. Ey. Das war ja noch ein besserer Flex. Ey, guckt euch das an! Diese Zoom-Funktion macht das Game komplett kaputt. Wenn ihr reinzoomt und... Also in den Zoom geht und Y drückt und dann wieder rausgeht, ist Y nicht mehr funktionabel, die Taste. Das ist kein Klicker. Der macht einfach 180. Habt ihr das gesehen? Niemals! Ey, wie kann er einfach niemals sagen? Unverschämt. Kennt ihr diesen Dänzen? Er kann's'n gut. Kennt ihr diesen Dänzen? Er ist gut in Sachen. Kennt ihr diesen Dänzen? Er hat Rekorde aufgestellt auf der Welt und jetzt springt er mit dem Mario-Mann über Sachen, weil er's kann. Hey, Dänzen! Dieser Dänzen! Er ist krass! Es ist Dänzen! Mann! Der Dänzen macht Sachen, weil er Sachen machen kann! Oh yeah! Oh mein Gott! Der ist ja wohl eine 10 von 10! Hello! Ich grüße euch! Entschuldigt die kleine Verspätung. Ich hoffe, Sound passt. Ja, keiner schreit. Das ist gut. Hello! Na? Seid ihr willig? Luna Magic mitzugestalten? Ich hab' Bock auf jeden Fall. Ha! Was für'n Tag! Ich hab' ganz viel gemacht. Ganz viel... Also ihr habt keine Vorstellung. Ein guter Dänzen braucht 5 Minuten, das stimmt. Wieder die alte Brille. Ich muss... Ich hab' ja schon gesagt, die andere ist hier noch zu hart eingestellt. Die muss ich erst noch umstellen. Deswegen erstmal noch die Brille. Aber ich wechsel' sehr viel. Ähm, ja! Das sind wir! Das sind wir! Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Aber wir werden gleich auch viel gemeinsam Vorbereitung treffen für das nächste Level. Und ihr habt im Titel schon gesehen, es wird tatsächlich jetzt ein Wüsten-Level. Wasser, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Äh, ist die Musik angenehm laut? Ich denke gerade, das Wald-Level zu löschen. Ich weiß, muss ich... Ich muss die Blätter entfernen. Panic Dream. Da sind wir dabei. Ja, ich zeige gleich mal, was grob vorbereitet ist. Also Optik ist grob vorbereitet. Strand-Level, Wasser und Wüste kombiniert. Ich glaube übrigens... Ja, Drago, ich weiß nicht. Ich glaube übrigens, dass das Wüsten-Level ein gutes Level vor dem Tempel-Level wäre. Mit dem Screen-Wrap. Nur mal um so ansatzweise... Ähm... Eine Struktur in den Heck zu bekommen. Existiert ja nun mal überhaupt gar nicht. Aber jetzt zumindest ein... Also, das kann man, glaube ich, gut verbinden. So. Ähm... Wir gehen mal rüber. Zur Lunar-Magic. Ihr habt jetzt übrigens... Ach so, Leute. Kleine Frage. Es ist jetzt ein bisschen stümperhaft, aber es tut erstmal seinen Zweck. Ihr habt jetzt oben immer kurz... Steht der Text... Der Titel von dem Song, den ihr gerade hört. Ähm... Hat jemand ein VLC-Player-Plugin, das irgendwie die Metadaten aus den Songs rausliest und irgendwie in eine Textdatei schreibt? Gibt es das? Also, ich gehe mal davon aus, dass es das gibt. Wenn... Also, oder hat es jemand aktiv? Weiß jemand, wie das relativ simpel funktioniert? Also, dass Current Play... Den Song einfach in eine Textdatei geschrieben wird oder so. Das wäre richtig gut. So. Hi, Warlock. Wir... Gehen mal hier auf die Overworld. Was haben wir? Wir haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sind es schon sechs Level, die fertig sind? Und das ist Level sieben, das ich... Nee. Nee, Quatsch. Fünf war das Chocobo-Level. Wir haben die Fabrik, wir haben den Wald, wir haben Thwomps. Wir haben Screenwrap, wir haben Chocobo. Ach ja, stimmt. Und das war das Level, das ich... Das sollte die Höhle werden. Ähm... Ja, stimmt. Das sollte die Höhle werden. Aber die ist ja nur... Designed. Da ist ja noch gar nichts. Ähm... Ja. Das aber nicht heute. Denn heute... Kommt die Wüste dran. Und die sieht erstmal so aus. Und womit wir gleich gemeinsam starten, und das macht ja auch Bock, ist einen Song aussuchen. Ich hab einfach mal ein bisschen was platziert von Sprites und Sachen, die ich mir so vorgestellt habe. Ich hab vorhin noch den Hintergrund dahin gebastelt. Ey Leute, ich hab gekotzt mit diesen Pyramiden. Ihr habt keine Vorstellung. Aber ja, so sieht jetzt erstmal der Hintergrund. So sieht mein... Da wird das Level aussehen. Ist ja sehr chaotisch. Ich hab einfach mal Sachen platziert. So wie Plattformen. Ähm... Aber ja. Ihr seht den Boden und den Hintergrund, die Pyramide. So wird das sein. Der Hintergrund hinter der Pyramide ist einfach einfarbig. Das find ich auch gar nicht so schlecht. Da können wir mal gucken, was man sonst noch... Ähm... Im Großen und Ganzen der transparente Hintergrund oder der einfarbige Hintergrund weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Aber eigentlich find ich das okay, weil man eh nicht so viel sieht. Und wir könnten ja auch noch mal gucken, wie man es vielleicht ein bisschen wärmer haben will oder so. Ja. Hier sieht es natürlich wild aus, aber im Level sieht man eh immer nur... Ähm... Sieht man eh immer nur so ein kleines Stück. Und je nachdem, wie ich die Pyramiden noch platziere oder wie hoch ich das Ganze setze... Ähm... Ja. Muss ich mal schauen, ob das einfarbig okay ist. Ja, auf dieser Seite, da kann man nichts downloaden. Das ist das Problem. Äh... Auf der Seite war ich. Da kannst du halt nichts downloaden. Bonsai. Deswegen, das geht nicht. Gibt es einen Layer, der so einen wabbernden Hitzeffekt macht? Also ich glaube, ich möchte das gar nicht, weil dieses Level... Ich konnte da nichts downloaden. Ich kann da nichts downloaden mit zwei Browsern. Ich kann da nichts downloaden. Dann klicke ich da drauf und dann schließt er das Fenster immer. Ähm... Mit einem sabbernden... So was will ich gar nicht, so einen wabbernden Hitzeffekt. Das Level soll relativ vanilla-esk werden. Ähm... Erstmal brauchen wir jetzt gleich aber einen Song. Und dann wird das Level solche Plattformen haben. Es wird Shells haben. Es soll jetzt nicht so viel Kram sein. Ja? Das habe ich schon gesagt. Es soll sehr... Solide werden. Ohne Schnickschnack. Ähm... Bewegliche Plattformen. Shells. Ein sehr... Klassisches Kaizo-Level. Es ist schon schwer reinzukommen, Gamer Chris. Wirklich sehr, sehr komplex. Leider. Muss man sagen. Ähm... Ja, und dazu habe ich auch noch die Pokys bekommen vom Phil, die er auch benutzt hat. Die, die keine... Die die Richtung nicht wechseln. Die passen natürlich. Ähm... Ich benutze ein Rode NT2A. Und... Ähm... Was ich auch noch ganz spannend finde, wären... Custom Piranhas... Piranhas... Piranhas, Pokys, Plattform, Molds. Viel mehr muss es nicht werden. Es muss... Soll halt... Nach Wüste aussehen. Und nicht zu viel Geschnickschnack. Pixelst du die Plattform noch wüstiger? Äh... Also... Die Plattform, das ist das Teil Z, was ich hier habe. Daraus könnte ich mich bedienen. Da... So, ich habe die... Die Knöppe habe ich auf jeden Fall schon mal implementiert. Da kann man schon ganz nette Sachen draus basteln, glaube ich. Äh... Auch so einzelne Teils mag ich. Da würde ich noch... Ein umdrehen. Das ist alles schon ganz cool. Da kannst du ordentlich was basteln draus. Was auch immer das sein soll. Ist das ein Densen Sprite? Ja, das ist ein Densen Sprite. Oh, wie geht das mit... Das ist zu kompliziert, um das schnell mal zu erklären, Steffi. Die Knöpfe sind schlimm. Ja, Oase. Ich habe tatsächlich ja auch kurz mal darüber nachgedacht, ob ich vielleicht ein heißes Level will, wo man immer wieder sich abkühlen muss oder so. Ähm... Muss ich mal gucken. Ähm... Auf jeden Fall... Pokys wollte ich implementieren. Und ich brauche gleich Musik. Das machen wir gleich mal als erstes. Ähm... Da können wir gleich direkt mal hingehen. So, wir machen hier Stop. Äh... Und ich würde sagen... Ja, ich... Wenn ich jetzt... Ich suche jetzt hier so nach sowas wie Desert oder... Was weiß ich, wonach kann man suchen? Fire, Heat, Sand, äh... Orient oder sowas. Oder dass man einfach mal so ein bisschen sieht, wo... Wie könnte das Ganze... Mh... Ja... Das ist so thematisch irgendwie schon mal klingt. Und das war mein Favorit hier. Kirby's Return to Dreamland Desert Area. Finde ich klingt sehr geil. Hat irgendetwas Wüstiges. Den finde ich schon erstmal nicht schlecht. Also den würde ich schon mal in die engere Auswahl packen. Ja, den geht halt auch ab. Ja, den finde ich auch sehr gut. Ähm... Den halten wir mal in der engeren Auswahl. Der ist auch schnell. Weil viele... Ich fand auch Super Mario Maker... Muss ich sagen, finde ich auch nicht schlecht. Ah, hier, das ist, glaube ich, die bessere Variante. Spulen wir mal rein. Ja, Super Mario Maker wäre schon auch irgendwie cool, das einzubauen, ne? Schau mal, Aladdin Stage 4 gucke ich gleich. Ihr könnt gerne Vorschläge reinschreiben. Nur keine Links. Ich gebe das dann ein. Das ist das Ziel. Cool. Da ist mir alles zu lahm. Klingt schon cool nach Wüste, aber es ist so lahm. Wisst ihr? Das kannst du vergessen. Äh, Odyssey. Haben wir, glaube ich, nicht. Super Mario Odyssey, cool. Steam Gardens. Wir haben nur den... Na, der ist natürlich geil, ne? Boah, der Song ist auch geil. Super Mario Land Runes. Ja, das wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich auch episch, ne? Ja, das ist natürlich auch episch. Aber es ist mir zu langsam. Aber es ist natürlich Headbanger-mäßig, so ein bisschen. Deathliga, danke für 41 Monate. Ja, finde ich auch Panic Dream, finde ich auch. Propfen, danke für ein Jahr. Schönen guten Tag und alle Menschen. Ja, so mache ich es ja. Orient. Orient. Oriental Mountain. Oriental Dark Flight. Was ist denn damit? Ja, das treibt. Das mag ich, wenn das so ist. Muss ich sagen. Die Two-Songs sind sowieso wirklich die besten. Was ist mit Heat-Man, Flame-Man, Desert-Man, Sand-Man, was es so gibt? Paramer. Hier, Pyramide. Metal Slug. Er klingt aber nach Soldaten irgendwie. Naja, das klingt zu futuristisch. Nach Gewehren und Ballern und so. Boah, Storm Eagle, einer der geilsten Songs, oder? Also, das ist, der Song ist, aber den habe ich ja schon. Boah, der Song ist zu gut. Boah, der Song, der ist krank. Trials of Mana, es gibt so viel, ich liebe das. Ich wollte jetzt auch nicht, also das kann natürlich ein bisschen dauern, aber ich will halt einen guten Song. Boah, der Song ist geil. Boah, krank. Tapete XYZ, danke für den zweiten Monat. Das passt natürlich auch, oder? Dann ist der Vier-Jahres-Zeiten-Wald eigentlich, oder? Ne, ist es? Ne, was ist das denn? Weiß nicht. Der Rude Sandstorm. Der ist wahrscheinlich... Gradius 3, Sandstorm. Ups, ich wollte hören. Sandropolis Zone, das hat man, glaube ich, schon ganz häufig in Wüsten-Leveln gehabt. Das klingt auch nach... Ja, das kennt man, glaube ich. Ist es nicht dieses... Was ist denn da los? Das ist mir zu lahm. Also ich muss echt sagen, guck mal, wir haben jetzt mal ein paar reingehört. Ich habe ja vorher schon mal so ein bisschen nicht wirklich detailliert geguckt, aber... Den finde ich halt geil. Der Kirby Song ist cool. Weiter geht's, den Sie in der Torrenten, Frau Post. Der Kanu, danke schön. Wir machen mal, was ist mit... Heat? Filled with Rage. Das klingt nach Bossfight, oder? Boah, mega. Aber es ist zu heftig für so ein Wüsten-Level. Boah, aber mega geil finde ich das. Boah, krank. Okay, schnell weg. Kakara Desert-Leam ist geil. Max-Heat. Ja, ne, ne, das ist zu lahm. Ach, Aladdin wollte ich da mal ausprobieren. Aladdin. Gibt's nicht. Schreibt man, nehmt, AMD? Hä? So doch nicht, oder? Ne. Gibt keine Aladdin. Eigentlich schreibt man ihn so. Ja, ist auch so, Aladdin. Ich liebe das. Ja. Kein Aladdin. Jetzt zeige ich euch mal die beste Musik. Hä? Schreibt man den Scheiß nochmal. Toh. 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 Tohu ist es. Also diese Songs sind halt alle geil. Aber die sind halt alle drüber. Die sind halt alle ne 10 von 10. Was sind denn hier die ganz neuen Sachen? Am 11.04. Das passt aber auch sehr wüstig, ist das, oder? Okay, gefällt mir auch. Boah. Hammer. Das klingt auch geil. Boah, den finde ich fast noch besser als den Kirby Song. Aber was hat der für einen langen Loop? Ah, nicht schlecht. Ah, das ist Asia-Style. Lotusland-Story. Haben wir denn hier irgendwas mit... Furies, Legend... Pure Furies. The End of Spring. Haben wir irgendwas mit Fire? Boah. Ne, Fall Moin. Du kannst noch getrost da dranbleiben. Weil... Wir suchen Songs aus und Sprites. Für die Wüste, die so aussehen wird. Also ich muss sagen, entweder... Also der gefällt mir gut oder der Kirby Song. Aber der hat auch was... Wüstiges. Ich lade ihn schon mal. Ach, der. Mega. Ja, aber das hatte man schon so häufig gehört. Der ist schon so ausgelutscht, der Song. Aber der ist gut. Ja, der ist aber trotzdem geil, ne? Dein Korps ist... Korps. Boah. Boah, da habe ich sofort die Crit-Sounds im Kopf. Pfua! Oder den Bow-Schuss. Oh mein Gott, das ist ja das Schlimmste. Also das hat man zu häufig gehört. Das geht nicht. Also das ist die Encounter-Musik. Das geht nicht. Da werde ich ja wütend. Boah, ne. Da werde ich wütend. Boah, ne. 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 Tropical Sandland. Dragoncrest 3. Kann sowieso mal Pyramide eingeben. Gibt's nicht. Oder ich schreibe es falsch. Nur Small Shrine. Wild Arms. Ja, die müssen ja bestermäßig klingen. Das hat aber auch was Wüstiges irgendwie. Aber zu lahm. Im Tacken zu lahm. Aber cool. Den finde ich gut. Den kennt man doch, oder? Ja. Ja, das ist natürlich mega gut, ne. Giacomo, danke schön. Das ist natürlich... Aber ich habe das Gefühl, das ist zu wenig einfallsreich. Ja, aber der Song ist natürlich eine 10. Ja, das ist krass. Boah, okay. Das ist geil. Tot gehört leider. Muss ich sofort ausmachen. Habe ich schon irgendwie tausendmal gehört. As-Gor-Diem. Oh, habe ich sogar schon mal gesucht. Asterix Game Boy. Das kann nichts sein, oder? Das kann nichts sein. Oh, doch. Aber zu lahm. Oh, ich liebe es, Leute. Das könnte ich wirklich den ganzen Tag machen. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. The Boy. Wanderers. Ob ich heute hören? Haben wir leider tot gehört, meiner Meinung nach. Den habe ich schon so häufig gehört. Dabei ist geil. Okay, also Gerudo Valley natürlich schon cool. Na ja, was ist denn mit F-Zero, da gibt es doch ein, wie heißt das, Death Wind, Fire Field, Tomahax Man, ich gucke gleich. Boah, das Intro ist mir zu lang einfach. Boah, Hilfe! Ken auch tot gehört? Das passt halt nicht. Cooler Song. Aber passt auch nicht. Boah, Hilfe! Boah, Hilfe! Boah, Hilfe! Boah, Hilfe! Nee, das haut nicht so wenig in die. Das weiß nicht. das? Nee. Nee. Golden Sun. Sarturo's Battle. Klingt erstmal schlau. Battle sowieso. Im YouTube-Link kann ich leider nichts anfangen. Es gefällt mir gut. Ist nicht schlecht, oder? Muss es wüstig sein? Nee. Aber so ein bisschen, finde ich es irgendwie, passt es ja dann schon ganz gut, wenn es jetzt nicht so ganz daneben ist. Knock you down. You and Desert Ground Carrier. Ja, ihr müsst gucken, was es hier gibt. Ups. Gibt es nämlich nicht. Knock you down. Wo haben wir den denn schon mal gehört? Na, der ist Hammer. Den kenne ich ja auch. Der ist geil. Das klingt aber nach Mega Man für mich. Das klingt so nach Robotern. Obwohl da... The Scorching Sand. Oh, der ist auch geil. Ah, der ist halt unmöglich. Kannst vergessen. Man kann keinen Song aussuchen. Golden Axe gibt es nur das. Möchte ich nicht. Ups, ups. Oh Gott, Super Mario RPG. Let's go down the wine river. Ah, ganz oben. Blö. Genau zwei gleichzeitig die Meinung geschrieben. Ja, den von Toru fand ich schon geil. Welcher war das denn? Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Vielleicht machen wir den Vote einfach nachher. Der war das, ne? Vom 11.4. Ich finde, allein dieses Intro, das holt mich schon ab, weil das irgendwie nach Wüste klingt, oder? Nach... Allein diese ersten Klänge. Ja, der ist gut. Gritzy Desert. Der ist gut. Äh, geladen habe ich den schon, ne? Ja, okay. Oh, der gefällt mir. Okay, das ist auf jeden Fall Wüste. Ja, geiler Wüstensong. Aber da fehlt mir wieder der Wumms. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, dass ich in jedem Level Wumms habe. Musikalisch. Weil... Ich finde, wenn du alle Level schnell machst, dann ist ja eigentlich keins mehr schnell. Dankeschön, Mario Master. Ich glaube, ein paar Level sollten eigentlich auch gar nicht so schnell sein, damit die schnellen noch schneller wirken. Boah, der ist auch geil, ey. Ja, wenn alles schnell ist, ist es nicht mehr schnell. Das meine ich genau so, wie ich es sage. Weil das ja dann der Standard ist. Äh, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt erst mal mit dem, äh, Tohu Song. Und dann gucken wir gleich mal, wie es im Level wirkt und so. Weil ich mag das Intro von dem... Äh, achso, nämlich doppelt hier. Das war's, ne? Ja, ich, äh, wir testen das mal. Äh, ja. Äh, ja. Und dann lassen wir mal wieder reinkommen hier. So, add new song. Ganz unten. So, Backups wurden vorher gemacht. Oh, das Specific Sample Group SD1-BT2 could not be found. Was ist das denn? Ach, das ist das vorherige. Okay, ja, ja, da habe ich nämlich rum experimentiert. Oops. 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 nur von dem anderen ich habe da was ausprobiert da ist nur ein fehler im hintergrund sind einige fehler aber gut darauf kommt jetzt erstmal nicht an der taxitäller gut hier war noch ein fehler warum auch immer war das hier so eine das mal dahin irgendwas war mit dem hintergrund ja wie gesagt ich weiß auch noch nicht gut das heißt wir machen jetzt erstmal der musik an ich weiß noch nicht ja die hintergrundfarbe da bin ich auch noch nicht ganz sicher soll das was düsteres werden eher so ein grün oasen mäßig ich ja da bin ich auch noch nicht so richtig überzeugt war lockt danke für den haja mann vielen dank hä wo ist denn der fehler da im hintergrund bin ich blöd an der spitze der zweiten pyramide hä fixt ok ist das braune auf dem taxi teller stellt keine logik fragen bitte gut das ist wie gesagt das ist alles jetzt erstmal nur rein platziert um zu gucken was möchte ich überhaupt rein machen diese plattform möchte ich auch verwenden aber die werden hier auch noch ihre optik verändern vielleicht machen wir da so ziegelsteine oder so gucken wir gleich heute wird schon auch viel implementiert dann zum einen hat mir ja da können wir jetzt mal direkt hin den pokie der pokie wurde mir geschickt von phil das ist der pokie der auch in seinem wüsten der will ist der die richtung nicht wechselt das ist schon sehr sehr angenehm deswegen den werde ich mal einbauen ein sand ein sandsturm wäre nice wir können ja gleich mal gucken ob so tornadoes gibt oder so wir gucken gleich auch gemeinsam auf smb central nach sprites oder nach grafiken nach blöcken die passen könnten oder sowas da können wir dann zusammen herumspinnen so pokie 70 er hat wahrscheinlich eine gewisse geschwindigkeit deswegen heißt er 70 ich nenne jetzt einfach erstmal nur pokie basteln wir ihn mal rein und gucken uns mal an wir gehen auf die 70 das ist doch gut was ist er mit der genau was ist er mit der cfg so der hat ja viel hat mir gar nicht die cfg geschickt dann kann ich den pokie auch nicht einbasteln oder kann man die selber beschreiben ist das simpel oder ist das ein pokie ist das moment ja ja ich denke na das kann man weg das ist wahrscheinlich einfach der pokie hier ne sprite 70 ja das ist das ok ne jason sogar ok dann nehmen wir die das geht leider nicht das stört mich dass ich nicht von dem explorer hier rein kopieren kann das ist totaler müll warum ist die denn hier drin pokie 70 ach doch geht wohl offensichtlich misst aber ja jetzt muss sie natürlich auch pokie 70 asm heißen ja komm dann machen wir das so da muss hier jason hin zack so dann wird jetzt mal kurz rein gepätscht ich weiß nicht ob ich neue hinzufügen muss 70 entfernen wir hier den ganzen driss eigentlich müsste ich doch die grafik sehen oder ja ich weiß was war das war das ein pokie was mit ihm passiert ja das ist ein pokie mit falschen grafiken aber das ist ja nicht so schlimm es gibt ja die grafiken es geht ja nur darum dass das der richtige dass er sich richtig verhält das ist gut so das heißt jetzt muss ich mal wieder rein fuchsen wir gucken mal worauf der zugreift hier auf den rex den ich ja sowieso nicht verwende und den mole den ich weiß ich nicht verwenden will also in die grafik 20 geht er ja und da weiß ich nicht ob ich ein mole will halt ne mole ist so lahm irgendwie das heißt wir nehmen die 20 mal raus machen eine neue x graphics 215 kommt die hier rein zack und jetzt können wir den pokie holen wo ist denn der pokie normalerweise drin wo ist der in der f naja das ist jetzt halt die frage ja jetzt ist halt die frage wo ist der pokie normalerweise drin das sind dann wohl fünf jahre in der vier in der zwanzig nee das ist ja das in der vier in 09 ja ok so das heißt wir brauchen den shit und den shit aber was war denn das ach so kann ich ja da sehen 123 falsch da zack so jetzt könnte er noch die falsche palette haben aber er sollte schon mal pokie mäßig aussehen gut le pokie ist halt die frage soll es ein pokie bleiben soll der ein bad kriegen oder so wir können ja jetzt alles machen gleich grafisch haben wir eigentlich sowas wie stacheln nee das ist ein bisschen kacke das heißt ich müsste ja fast das ist doch schitte das heißt ich müsste mit deathblocks arbeiten oder ich pixel selber irgendwelche stacheln ich glaube ja so und dieses x welches welche position ist das von dem pokie ne die oberste ne der ist 3 ist das der kopf von dem pokie ich glaube ja ne jetzt ist er nämlich durchge... ne das ist das unterste ne ne was nicht blöd was ist das für ein schrott hä warum muss ich das denn da platzieren damit er hier steht das ist einfach das feld über dem pokie what the fuck wow ok na gut ich akzeptiere es naja das ist aber nachher verwirrend glaube ich gibt ja auch größere pokies ich frage mich ob ich hier schon mit äh extra bits wo ich muss den mal anders positionieren weil es wird immer er wird immer im weg stehen hier der scheiß mario so so ob ich hier schon mit extra bits irgendwas mit dem pokie machen kann so 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 ok ähm wird größer aber ich kann hier nicht auf also wenn ich hier auf 1 gehe das klappt nicht ne ja er tut irgendwas anderes hä und wenn ich auf 0 gehe ist das default verstehe das ist also anders bei der oder auch nicht naja der kommt flop her den gibt es noch nicht tatsächlich ne macht mich wahnsinnig hier gerade die lücke ok ok äh ja irgendwie klappt es nicht so richtig was ist wenn ich hier keine ahnung ne 10 hin mach ich glaube es gibt gerade nur diese beiden größen hier mit der asm ich könnte natürlich einen anderen pokie noch einfügen das geht ich kann wahrscheinlich die geschwindigkeit auch ähm in der asm noch beeinflussen ups what the fuck use first extra bits yes if the extra bit is clear the sprite will be five or three segment tall depending on whether or not the player has yoshi if the extra bit is set the sprite will be four segments tall regardless this is default anyway the action na das habe ich ja gesehen ok numbers of segments the poke will have in extra bits is clear and the player is not on yoshi kann ich das jetzt hier einfügen oder hä ein segment hat er jetzt nur wenn ich das einfüge oder verstehe ich das falsch ich glaube hier nein das geht so nicht ne muss ich das in der asm einfügen ich glaube ja ich glaube so easy funktioniert es nicht ich fix poke du in type das stimmt doch nicht da ja wohl nicht rein oder da nicht flow per alter 60 monate ich glaube du bist der vierte oder fünfte der vierte oder fünfte der das jetzt getriggert hat ich das 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 muss natürlich kommen hier das batch das ist ja krank ich danke dir von herzen klappt irgendwie nicht so wie ich mir das vorgestellt habe mit den segmenten danke man ist egal das ist jetzt das eine erstmal gut dann hatte ich noch eine piranha pflanze custom die habe ich schon mal geladen die müsste auch auf dem desktop sein die würde ich auch gerne einbauen oder doch nicht auch durchaus möglich jumping piranha plant plus jumping piranha plant plus jumping piranha plant plus okay 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 versuchen wir mal die muss die fireball ball plus asm auch hier in den ordner oder muss die hier rein ich glaube der muss da rein ne ich tue sie mal da rein pixel 9 das heißt ich versuche mal die jetzt zu nehmen ich würde für die pokys hier nochmal ein bisschen platz lassen und gehe auf 75 so da werden jetzt noch die grafiken fehlen aber das nicht so schlimm erstmal gucken wie die funktionieren und ob der feuerball so easy funktioniert wie ich mir das vorstelle warum sind die jetzt alle groß können sie das lassen hier so okay die packe jetzt erstmal weg obwohl lassen wir mal ein äh die 75 jumping piranha piranha plant wird jetzt noch eine falsche grafik haben aber mal gucken wie das ding ob's okay das ist einfach nur eine jumping piranha plant oder da ist kein feuer aber ich glaube hier kann ich bestimmt was machen offensichtlich muss ich gleich mal rein gehen in die asm ja so funktioniert es nicht ne oh ja meine sind auch da meine äh super nts sind auch da das feuer sind extender sprites das sagt mir nix ab ab left down right green color das ist halt wieder so ja die sind klein die super nts ja fox neun geht er jetzt left okay ich gucke mal gleich ja okay jetzt hat er nur die falsche grafik das macht sinn okay das ist ja schon mal super easy zu machen das heißt der fireball plus der muss in den extended ordner hier rein ups 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 über Affiliate aber wo gebe ich das jetzt und in spread text extended null wo ist denn die passende sprites text dafür ja nicht die hier oder also ja die extended gleich null okay einfach so einfach so im eis oder verstehe es gerade falsch krass oder kann ich mir hier unten einfach so eine da gibt es dann sowas okay das ist wie dann dann habe ich das auch verstanden warum ich das schon mal nicht hinbekommen habe mit dem boomerang bruder das ist dann wahrscheinlich dasselbe mit dem boomerang bro dasselbe okay das wusste ich gar nicht okay das habe ich wusste ich überhaupt gar nicht das ja sehr gut und woher weiß man dass das ein extended sprite ist wie käme ich jetzt da drauf sehe ich das hier irgendwie oben kenji moin jetzt muss ich gleich mal gucken wie der feuer bälle schießt was ich da also alle teils natürlich noch keine ich muss ihm wahrscheinlich über die bits sagen schießen irgendwie aber das das habe ich bis heute noch nicht geschnallt mit den bits da verändere ich immer wild ich meine das ja auch eine strategie jetzt schießt da so dass schon mal gut mit der drei kann ich sagen er ballert und ich glaube mit dem anderen wert kann ich die gravity von den feuerbällen bestimmen war das jetzt enger guck mal wie die asm auf die extended zugreift ist es 0 0 oder 0 1 wo sehe ich das denn ja das weiß ich nicht ok gravity down gravity up gravity left extra bit set gleich 3 not set 2 ja bei drei ging es ja er hat ja es hat ja dann gespuckt feuer das ging ja bei drei schießt der feuer aber was macht dieser wert hier unten so der erste wert bestimmt die richtung oben steht extended sprite gleich 0 1 diese zahl muss in der pix list gleich sein also habe ich mit 0 0 den fail war nur 0 war schon richtig ja es ging ja auch also es ging ja auch jetzt gerade das mit dem ballern was ist denn wenn ich da eine 10 draus mache es als funktioniert ja eigentlich aber was passiert wie ändere ich die gravity ich kopiere mal ein und mach da mal eine 0 2 rein das bestimmt den timer kann das sein offensichtlich dass der wert bestimmt wie lange es dauert ja ok ok praktisch so und jetzt müsste man noch gucken wie mache ich das ok ja verstehe timer und die anderen sind die richtung so und wenn ich das ding jetzt nach links kommen lasse dann ist der galumba als grafik und was ist das ist das schlüsselloch galumba will ich ja eh nicht das heißt ich kann es relativ easy machen äh wir gucken mal hier in die grafik das sind die kollegen die ich brauche weil die sind standardmäßig das müsste der galumba sein und das schlüsselloch ich meine so ist das jetzt muss ich nur gucken in welcher grafik der galumba ist bei mir die 001 ok das heißt wir kopieren die 1 raus das ist es ne ja ok und wie du ein monat mehr den ex graphics 2 16 so implementieren 2 16 so und jetzt können hier die piranhas rein weil wir können die ja problemlos überschreiben was auch immer das hier ist ach das ist das gestänge so dann müsste es doch schon gehen das brauche ich ja nicht also erstmal ich weiß nicht ob das die schlauste strategie ist aber erstmal die sachen überschreiben wenn ich sie jetzt erstmal nicht brauche kann ich es ja erstmal machen wenn ich jetzt doch irgendwie meine oh fuck ich brauche ein galumba dann ändere ich lieber die einstellungen von dem typen so das sieht doch gut aus ist das noch ist nur noch mystic quest in der liste ganze gleichzeitig der gleiche song ne zufällig umschalten wieso endet der denn nicht ja keine ahnung was das war ok so funktioniert es ja so piranha pflanzen aber da konnte man doch auch noch stand doch da einstellen rot und oder grün hier bit 3 green color red color was heißt das denn das ist nicht so schlimm weil es würde ja die würde ja eh aus einer pipe kommen mortifero dann sieht man es eh nicht wie kriege ich denn das hier ok extra bit sagt ja initial timer aber was ist bit 3 achso ich idiot da steht es doch ich bin blöd ne 3 ist right so das heißt jetzt extra bit 3 ist clear wenn ich jetzt hier eine 01 mache ist es dann rot oder eine 00 ne ok ich verstehe das mit den bits leider noch nicht da bräuchte ich echt mal so ein tutorial der mir die ganzen positionen da erklärt das ist mir leider noch nicht so richtig klar ok aber hiermit kann ich jetzt alle richtungen also die zwei dann würde das ding nach unten gehen ja ok cool ok cool damit kann man auf jeden fall schon mal dinge bauen will ich mal sagen ähm ok die 3 würde es nach rechts gehen weißt du wenn ich eine 4 mache dann sind sie rot ok ok das heißt die 4 das heißt eine rote piranha pflanze nach links wäre eine 5 Junge verschnallt doch kein mensch ja ok 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 warte mal ist das wieder red canyon so muss das glaube ich sein ich spüre jetzt mal vor der muss den nächsten song starten warum lupt er das denn die ganze zeit ach das ist so ein vlc player ding ne das ist ja scheiße das ist ja hm der geht ja niemals in den nächsten song ja es ist auch kompliziert ja keiner aber ich könnte ja einen unterschied bestimmen das rote keine ahnung die kommen schneller raus oder so weil das kann ich ja dann ich habe einfach eine möglichkeit zwei unterschiedliche teile zu bauen so dann musst du das loop für datei ausmachen umschalten zwischen optionen liste wiederholen einzelstück wiederholen oder keine wiederholung ich habe auch keine wiederholung da ist einer wo das funktioniert oder kannst ja mal da hier hin holen hier unten ist jetzt gar keine wiederholung an eigentlich jetzt spielt er weiter hato zu konsalz hato zu konsalz muss unten links das symbol reinhauen raushauen durchziehen ja weil es so ein loop ist ich hatte mit vlc player noch nie abgefühlt dass mit vlc player noch nie abgefühlt keine ahnung ich nehme würde den anderen player ich habe doch es ist doch ausgewesen hier umschalten zwischen den optionen liste wiederholen einzelstück wiederholen oder keine wiederholung ich habe das auf keine und es klappt nicht wer spielt das halt in dem permanenten loop wie im spiel das song ist vorbei aber sollte jetzt ja zum nächsten song gehen vlc player habe ich das erste mal benutzt ja mist pixel snake das heißt ich kann den vlc player gar nicht benutzen dafür oh nein das bringt die zufällige wiedergabe auszumachen naja toll dann kann ich das ja knicken ja okay dann geht es so nicht dann muss ich den anderen player wieder benutzen so dann machen wir erstmal alle neuen rein der ist halt so unglaublich hässlich okay wie auch immer es funktioniert dann kann ich auch oben die noten weg machen ja ich hätte halt gerne irgendwie eine möglichkeit ist einzublenden im stream das wäre beim vlc player halt gegangen aber naja gut so wir haben pokies wir haben piranha pflanzen wir haben die plattformen da würde ich gerne custom plattform haben mit counter so wie es im ersten level hatte aber nicht nur 1 und 4 das heißt ich hätte gerne plattformen die grafiken die passenden sind drin wie heißen die denn time also wir sind jetzt bei sprites big time lift das ist das große ding wahrscheinlich ja ok wow das will ich nicht timed lift ist es wahrscheinlich ist das jetzt nur 1 und 4 ne das sind mehrere this bright is based on the time lift with the few additions anywhere between one and four and lift can go left okay die sind gut die hätte ich gerne natürlich dann noch in der passenden optik jetzt ist die frage ob ich die jemals runtergeladen habe schon durchaus möglich ihr seht es das ist jetzt eine sache die habe ich ja häufig schon vor vorbereitet gehabt die müsste ich haben soll ich lieber die jason benutzen oder die cfg ich hatte irgendwie ist es schlauer immer die jason zu benutzen wenn eine da ist kann man das so pauschal sagen oder naja ist schon anders ich kann zum beispiel bei der jason sehe ich ja die vorschau im luna magic bei der cfg nicht aber ich konnte das einfacher editieren irgendwie die cfg weil ich das bei der jason also keine ahnung ups das war dumm naja das war dumm wo habe ich das denn hin kopiert war das auf dem desktop ich hasse es ich hasse diesen standard windows explorer ich finde ihn so schlimm ich finde ihn so schlimm ich finde ihn so schlimm datei nicht gefunden wo war die denn ach das ist weil ich im stream jetzt auch noch mit dem ach ich hasse es ich hasse es weil ich extra im stream einen anderen browser benutze und da meine einstellungen nicht so sind wo habe ich das denn hin kopiert timed lift ich nehme jetzt die ich hasse diesen browser äh den explorer ich hasse den standard explorer wenn ich nicht mal das geht die dunkel timed lift so die müsste ich jetzt alle einzeln natürlich einbasteln hm ok explode möchte ich die auch schon einbasteln das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig left timed lift left one right three two und 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 das sind die sachen die ich ja sonst schon immer vorbereitet hatte für den stream und ihr seht es ich finde dass das ist halt das was fast die längste zeit kostet einfach diese ganzen sprites raus basteln was will ich in meinem level haben damit das gut aussieht das alles zu implementieren das dauert das level bauen das macht ja dann auch richtig bock das geht ja dann aber im besten fall willst du halt alles vorher ja so haben das funktioniert natürlich ich weiß noch nicht was time lift left und right ist wenn es 1234 gibt muss ich ganz ehrlich sagen ich sollte das auch so machen one dann gehen wir mal hier auf die 91 so ok ich lasse jetzt erstmal weg die anderen weil ich verstehe dass hier einzeln für je nachdem wie viel wie lange die plattform laufen soll wenn ich sage ich will die drei dann platziere ich halt die 83 aber was heißt rechts also die kombination ist mir noch nicht ganz klar beide angekommen heute aber ich habe sie natürlich jetzt nicht ausgepackt also es ist jetzt nicht so spannend als das ist jetzt zeigen könnte weil sie bleiben ja eingepackt aber sie sind angekommen aber sie sind angekommen 81 81 91 ist das jetzt normale mit einer 1 und explosions mit einer 1 ok mir fehlen die animationen dafür ok das ist gut das heißt 93 jetzt eine 3 mit explosion und eine das ist jetzt eine 2 ohne explosion ok nice ok oh steel art es geht jetzt gerade erstmal darum alles zu implementieren und das ist halt ein bisschen lästig aber dann wird gleich relativ zügig gebaut glaube ich so aber erstmal müssen die sachen implementiert werden die ich brauche so und jetzt ist die frage wie viele sekunden hat denn dann die plattform zum beispiel die einfach left heißt oder right kann ich das jetzt hier auch noch das frage ich mich halt das ist so 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 Warum ist das eine 4? Ja, wie kann ich das verändern? Gar nicht, oder? Okay, aber nach links ist halt die Frage, wann will man nach links? Das kann man mal zum Troll nehmen oder so. Am Ende. Irgendwie so. Aber ich will ja eh nicht nach links. So, wir können mal gucken nach schönen Manschern. Die irgendwie passen. Wir können mal bei Grafiken gucken. Manscha. So ein bisschen rundere. Hässlich, 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 hässlich. 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 Aber jetzt bin ich bei Graphics, ne? Wow, wie hässlich. Ich guck mal bei Sprites. Oder war ich bei... Nein, ich war bei Sprites. Hey, Juniors, moin. Diese Pflanzenplattform müssen Steinplattform sein, damit es besser passt. Das ist ja kein Problem. Da kann man ja noch irgendwie gucken, was man baut. Oder so eine Knochensache oder so. Ich weiß nicht, sieht das Level... Könnte man noch Knochen mit einbauen als zweites Thema? Wüste und Knochen? Ich habe da beim letzten Mal schon... Nein, ich habe es auch schon... Achso. Ja. Habe ich hier nicht schon so Knochendinger gesehen? Oder war das einfach bei Graphics, bei Bones? Irgendwo habe ich so eine... Da habe ich guten Boden gesehen. Und hier raus was gebrauchen. Die Kakteen finde ich ziemlich gut. Und die Blöcke finde ich gut. Was ist die Dinosaurier hier? Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Das ist ja wirklich nice. Mit Katzen oder Pharaonen oder Mumien. Bone Dry Desert. Ich hätte auch das ganze Ding hier nehmen können. Irgendwie viel schöner der Vordergrund, oder? Schau mal durch. Da sind die Spikes. Hier sind keine Spikes. Oder das hier. Man könnte das natürlich umdrehen als Spike. Aber dazu passen wieder keine... Keine, äh... Pokeys, finde ich. Oder man macht Skelett Pokeys. Hm. Mann, man müsste so viel pixeln. Was ist denn mit Skelett Pokeys? Das wäre natürlich cool. Auch wenn es keinen Sinn macht. Alter. Guckt euch die an hier. Jetzt... 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 Jetzt muss ich wieder alles in Frage stellen. Ich wollte es ja auch eigentlich gar nicht so custom machen. Ich habe ja extra gesagt, nicht so wild custom. Ich bin ja eigentlich zufrieden mit der Optik. Aber man könnte so viel Kram machen. Nein, ich finde das gut. Ich finde das gut. Das soll auch so bleiben. Normale Pokeys passen, finde ich auch. Vielleicht kriegen die noch einen Turban oder so. Keine Ahnung. Kriegen die einen Turban? Vielleicht kriegen die noch einen Turban. Wo ich diese Knochen gut finde. Wie viel Platz habe ich denn in meiner 213? Was ist denn hier mit dem Teil? Was ist denn mit dem Teil hier los? In der Grafik. Die Kakteen finde ich auch nicht schlecht. Also sie werden halt auch wieder nur... Ich könnte sie hier noch einbauen, ne? Ne, kann ich nicht. Was ist denn das eigentlich? In meiner Grafik. Ich lasse das jetzt erstmal. Das ist zu viel. Das ist auch nur Optik. Das ist zu viel. So. Wurscht. Ich habe Piranha-Pflanzen. Ich habe Pokeys. Ich habe Plattformen. Ich finde das ja mit den Knochen durchaus auch in Ordnung. So eine Mischung. Knochenwüste finde ich irgendwie gut. Ah, da wird bestimmt ich... Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich mich so sehr jetzt gerade auf Optik fixieren möchte. Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich das ja beim Bauen nicht. Weil ich mag das schon, wie das aussieht, das Ganze. Das sieht schon wüstig aus mit Pokeys hier und so. Das finde ich cool. Was ist mit diesem Block? Fehlt bei mir natürlich jetzt hier jede Palette. Wir würden trotzdem mal implementieren. Ups. Den finde ich schon mal nicht schlecht. Den kann man irgendwie... Kann man damit was machen. Das ist ein Einer-Block. Ich glaube, der ist nicht so kacke. Ähm. Was soll der große grüne Block darstellen? Ja, die Frage ist, braucht man das überhaupt? Das soll so... Ja, das kann man natürlich auch wegmachen. Ich muss nur die Farbpalette hier ändern. Aber ich finde es schön. Wirkt etwas deplatziert. Da ist der Stein an sich. Ich finde, der passt schon sehr gut rein. Ja, ja. Background 2 und 3 ist noch super leer. Also da könnte natürlich auch der Kaktus rein und alles... Ähm. Das stimmt. Ich habe ja Platz ohne Ende. Warum mache ich das da rein überhaupt? Background 2 und 3 ist komplett leer. Warum bin ich so? Ich könnte das ganze Ding einfach implementieren. Das mache ich mal. Und dann kann ich immer noch rauslöschen, was ich will. Was ist das denn? 216? 217? 217. 217. 217? Es ist so was. Es ist so was. Das hat schon Bonkers. 218. 219. 229. �� aber der wird natürlich jetzt keine gute farbe haben doch alle zu 5 so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Finde ich eigentlich nicht schlecht, um ehrlich zu sein So als Plattform, als zusätzliche Und was ist mit diesen Knochen? Ich meine, ich habe ja Knochen Sind die schöner als die? Die sind einfach nochmal anders Ich kann sie ja jetzt durchaus nehmen So und was ist dann noch in der Datei drin? Also das hat schon irgendwie was Weil das kannst du ja im Prinzip Okay, ja, verstehe Im Prinzip kannst du das ja als An die Plattform setzen An den Rand Okay, hier passt es jetzt nicht Weil man dann Ja gut, die Lücke könnte man ja noch Weg machen dazwischen Das ist ja jetzt nicht so das Problem Das heißt, man könnte Das ja auch noch verlängern Ah, das passt dann auch nicht zusammen Das heißt, da bräuchte ich noch Ein Zwischenstück Wenn ich so wollte Aber das ist ja nur ein Pixel Das kann man ja easy pixeln Das ist ja jetzt nicht so das Ding Finde ich aber eigentlich ganz cool Angenommen, das wäre da dran Und das würde dann als Plattform Fungieren Das passt alles optisch schon rein Oder? Oder? Auch die Steine sind gut Oopsie Okay, ist dabei Pixel Okay Ich finde das schön Echt Das hat was Ich finde das alles cool Das hat was sehr Wüstiges Ich weiß nicht mehr Ob mir der Hintergrund Jetzt noch gefällt Um ehrlich zu sein Aber ja Ja, werden wir sehen Ja, es passt Was habe ich denn hier noch Wenn ich die Palette ändere Kann man noch was Nettes bauen Oh, das ist auch cool Finde ich Okay Okay, die passende Grafik ist dabei Hast du gesagt Zum Verlängern Was ist es denn dann? Ist es das hier? Ups Kann das sein? Ja Ja Okay Du hast recht Perfekt Ah, nice Genau Die rote explodiert Wenn sie auf 0 steht Okay War jetzt sonst noch etwas In der Grafik Wo ich gesagt habe Das ist eigentlich ganz cool So ein Fass Ist das Fass nice Könnte ich hieraus Stacheln bauen Ist so ein Fass cool Passt jetzt mit mir In meinen Paletten Leider nicht so Fass in der Wüste Ja Ein pinkes Fass Also ich meine Was spricht denn gegen Ein pinkes Fass In der Wüste Das ist ja wohl klar Dass das da sein muss Oder? Ach man Map 16 Speichern Was ist das für ein Müll? Ich finde ein pinkes Fass Schon sehr gut Mach mal die zwei rechten Rippen Nebeneinander Und das als anfangs Block an die Wand Na du hast recht Das geht auch Dann habe ich ja die Lücke hier Schon geschlossen Der muss da nämlich hin So Ja Schlau 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 Dankeschön Pixel Du hast das Auge Du hast das Auge Du hast das Auge Ne der sieht alles Der ist krank Also die Fässer Sagen wir mal Sehen gut aus Ich kann natürlich die Paletten Noch Ändern Ich habe da ja noch so viel Spielraum Wofür brauche ich das pink? Für nix Also ich könnte ja auch Ich habe ja auch Vor allem habe ich hier noch komplett Ich habe ja Nicht für das Fass Aber ich habe ja noch super viel Platz Wie schnell die Zeit zur Zeit vergeht Zur Zeit zur Zeit vergeht Okay Das finde ich aber schon mal ganz gut Das Fass ist egal Die Frage ist Kann man hieraus Stachel bauen? Ähm Ups Müssten das Stachel sein? Oder ist das kacke? Die müssten halt Ich müsste sie einen Tacken länger machen Damit Die Hitbox muss natürlich ganz oben sein Weil Wenn dann müsste es so sein Solche Stacheln könnte ich nehmen Und dann das Endstück So Das geht Das könnte man schon als Stachel benutzen Es ist offensichtlich Dass man da nicht reinspringen sollte Ja Die kann ich ja dann natürlich auch noch verbinden Ja Ja so Mini sehen die scheiße aus finde ich Naja aber wie willst du es machen? Kürzen Wie willst du es machen? Also das muss ja Das oberste sein So Und jetzt kann ich ja nur Ja oder halt so Also so geht es halt Naja Naja aber das ist nicht offensichtlich Finde ich Ja Map6 Die nicht gespeichert Oder? Ist es klar Dass man da nicht reinspringen sollte? Du kannst ja im Sand dann die Wirbelsäule reinpixeln Das stimmt Das stimmt Bis zum nächsten Mal ist das klar ich weiß es nicht auf der anderen seite irgendwie ja schon auch klar oder ich meine was soll es sonst sein dass also dass man nicht darauf nicht laufen kann ist ja nun mal auch klar oder mach mal den toten kopf vom dino als background 2 hinter die stacheln ja die kann ja von unten töten aber von unten müsste sie halt töten das ist doch okay oder aber nicht von oben naja ich weiß was du meinst stil art ich hatte noch viele farben übrig also ist nicht aber ich will es jetzt auch gar nicht also wenn das jetzt so weiß ist sie das nicht voll drüber aus wenn ich jetzt hier das so super weiß machen würde ich kann natürlich auch einfach mancher nehmen so ist es ja nicht aber ich weiß nicht wann auf, nach 20 Jahren Luna Magic. Es geht ja jetzt erstmal darum, dass wir hier alles designen und so. Und ich finde, das nimmt gerade auf jeden Fall sieht schon mal gut aus. Ich wäre für eine Grube mit Mikro-Krokodilen. Piranha-Mansha. Ja, die gab's doch, ne? Was passt denn? Ich hätte gerne so einen Knochen-Mansha. Wieso gibt's das nicht? Warum hat das noch keiner gepixelt? Warum hat noch keiner Knochen-Mansha gepixelt? Weil das keinen Sinn macht vielleicht? Liegt es daran? Die sind so scheppig. Die sind scheppig einfach. Advanced. Finde ich die schöner? Nach Advanced. Achso, die haben mehr Frames. Okay. Sind die schöner? Na ja, Propinski passt nicht. Na ja, gut. Okay. Okay. So, das heißt, diese Plattform, die wir jetzt hier haben, die Explosionsplattform und die, da passt das Grün jetzt ja nun gar nicht rein, ne? Das sieht ja shit aus. Oder? Also die Wiese passt jetzt ja nicht. Ja, das wird, glaube ich, eher heute ein Design-Stream. Aber wir haben ja auch erst 16 Uhr, also ganz entspannt. Wüste. Wüste. So, da haben wir ganz viel übrig. Ich glaube, das Grün würde sonst auch nichts rausnehmen. Außer bei Shells, ne? Ich glaube, ich brauche hier gar keine neue Farbe nehmen. Oder? Könnte man nicht so ein Pokey auch knochig machen? Schau mal eben bei SMB Central nach mancher Thorn Forest. Wo drunter denn? Unter Graphics oder Sprites? Ich finde ich unglaublich hässlich, leider. Ne, die finde ich super hässlich. Ja, erstmal kann ich den Platz ja nehmen, ne? Ich denke mir, so was ist sinnvoller? Erstmal das, das vorhandene wegmachen und mit, und dann nicht sicher sein, was verändert sich noch mit den Grünen Tönen? Oder den Platz erstmal nehmen? Ist es besser, erstmal den Platz zu nehmen, oder? So, wir gehen mal ein bisschen in so eine Richtung. Ich bastel jetzt erstmal rum. Zack. Wie war das mit kopieren? Das geht hier nicht, ne? So. Hier würde ich jetzt mal... Wohl nie. Ups. Die Frage ist, ob sich das dann nicht zu heftig abhebt, äh, zu wenig abhebt vom Hintergrund. Hier, wenn man jetzt sowas hat. So würde es jetzt aussehen. Also man kann es sich ja, glaube ich, vorstellen schon. Das geht mal. So. 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 Hier, was meint ihr? Stimmt, die roten, da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Also finde ich erst mal schöner als das Grüne, so das passt ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die roten überhaupt will, also das ist halt die Frage, ob ich die überhaupt benutzen will im Level. Ich will doch gar keine explodierenden Plattform, vielleicht, die Palette da drüber ist es. Okay, Moment, dann machen wir mal den gleichen Untergrund. Und gehen hier eher auf so ein. Und jetzt habe ich sie weggemacht, ne? Äh, wie war denn jetzt die Explosionsdinger? Waren das die drei? Ich weiß nicht. Ne? Wie habe ich denn jetzt auf Explosion gestellt, den Müll? Äh, keine Ahnung. Ach, das war einfach was anderes, ich bleb, ich bin dumm. Äh, es war einfach hier zum Beispiel die 93. Ne, das ist also nicht die... Ach so, doch, ich habe die Palette hier noch nicht geladen. Ha! Ja, auf jeden Fall kann ich immer noch... Ach so, die Farben müssen jetzt ja nicht die finalen Farben sein, aber... Klappt schon mal. Äh, ne Shenlong, weiß ich nicht. Das sieht halt zu viel nach Gras aus und zu wenig nach Sand, ne? Das sieht halt immer noch aus, als wäre es Gras irgendwie, weil das so spitz ist. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal total... Wenn ich jetzt mal hier einfach drauf lospixel. Sieht das nicht schon besser aus? Also ist jetzt so mini... Also... Das sieht auf jeden Fall nicht mehr so grasig aus, oder? Es wäre halt Sand drauf, vielleicht eher. Fliegender Teppich wäre nice. Boah, jau! Ein fliegender Teppich wäre ja krank. Fliegender Teppich wäre krank. Mann, hört auf! Ich wollte doch einfach nur ein bisschen bauen, ey. Dann kannst du halt wieder vergessen bauen. Kannst du einfach wieder komplett vergessen. Hier wird nicht gebaut heute. Hier wird nur irgendwie designt. Naja komm, das ist ja nicht custom. Also die Plattform... Wenn du in das Level kommst, du siehst die Plattform... Ich weiß, die Grafiken für die Explosionen. Weißt du, in welcher Grafik die sind? Wie macht man denn hier raus den Knochen? Wie macht man denn hier raus den Knochen? ... ... easy oder ist das dann zu wenig knallig bisschen was ich meine jetzt hätte ich noch gerne eine schöne mancher vielleicht sogar rote oder so okay die plattform ist irgendwie schäbig aber eher die explosionsplattform ist schäbig und das fass ist natürlich auch monsterhaft scheiße aber das ist ja auch eher ein gag als alles andere wow ey das ist so krass was man hier alles so wir gehen jetzt nochmal auf bones da gab es doch das sah nämlich auch mega aus wie war das denn nicht bei uns scheinbar haben wir da irgendwelche schönen sachen boah scheppig okay bonsai aber das nutzt nichts weil ich kann vlc player nicht nutzen weil der die lieder nicht weiterspielt der spielt die immer im loop ab das ist das problem ja aber das habe ich auch gerade schon mal kurz gedacht ähm mit dem pokey eigentlich ist es jetzt nicht so wild wir können mal so ein so ein knochen pokey machen moment wo ist denn mein pokey die 70 215 wir testen das mal einfach ob das gut aussieht oder ob das scheiße aussieht ich editiere jetzt mal hier die farben ruhig ähm wir machen mal hier so ein ja sowas ja wir können ruhig das nehmen oder ist das zu dunkel sieht der da nicht einfach nach schwarz weiß aus ja das ist ja schitte es war viel zu dunkel es gibt bei mario knochen pokey die heißen skello keys also äh seh der skalde er braucht weiß ich nochmal ausprobieren ich frage mich halt dann ob es nicht doch zu vielleicht ist es auch schön ich meine das muss ja hier komplett weiß sein so das ist einfach ein bisschen grau und das unterste ja müsste ja eigentlich konsequenterweise auch nur ein bisschen dunkler sein sieht doch nicht aus wie ein knochen oder sieht aus wie scheiße ach so ich habe weiß ja sogar tatsächlich ja ja stimmt ups ja egal aber ich glaube das sieht schon kacke aus irgendwie aber vielleicht sieht es im level gut aus ja ja gut so ja ja Was ist denn mit dem los? So knochig sieht er jetzt nicht aus, ne? Die unteren Teile nur Rippen, das stimmt! Moment mal, kann ich nicht aus denen hier was bauen? Als unteres Teil? Wäre das nicht geil? 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 Das ist geil? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, es hat geklingelt. Ich muss mal eben zur Tür, Leute. Wir testen gleich mal. Aha, ein Checkpoint. So, und das macht alles tausendmal leichter. Oh, das kommt einfach zu spät. Hallo! Perfect Mount! Ohne Eingabe! Bitte nachmachen! Also. Okay, das ist ein Troll. Und er kriegt das Leben, Junge! Oh! Ich wette, das war ein Troll. Ich wette, das hätte man nicht schaffen müssen, oder? Oh Mann! Man wird einfach aggressiv. Ich lasse es doch nicht los! Es ist einfach müllig. Es ist auch so müllig. Ey. Oh. Ah, noch eine Kiste. Die können ja aufeinander, oder? Ja, die können aufeinander. Also für mich ist es das beste Spiel 2020. Und der Soundtrack lockert's. Ey, Junge, geh einfach weg! Schmeiß einen Fisch. Junge! Reh. So. Hier sind wir stehen geblieben. Das war natürlich Amazon. Was sonst? Sieht das nach Rippe aus? Könnte das nach Rippe aussehen? Kann ich das hier kopieren? Geht sowas? Kann ich das hier einfach nach unten kopieren? Oh ja. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Aber das muss natürlich mittig sein, damit das stacken kann. Also es kann nicht sein, dass oben eine Lücke ist. Ne, das ist ja kacke. Mit YYCHR. YYCHR. Und dann bräuchtet ihr im besten Fall meine Palette, weil ihr habt ja natürlich nicht jede Farbe zur Auswahl. Meint ihr, das sieht aus oder sieht das scheiße aus? Und jetzt könnte man hier ruhig immer mal... Hm, das ist vielleicht nicht so ganz... So, dass es so ein bisschen zerstört aussieht. Das wird so scheiße aussehen, ich sehe es schon. Aber testen. Ja, warum nicht? Für die Leute, kann ich das hier einfach lassen? Oder macht das jetzt die Grafik kaputt? Ich meine, ich kann es ja jetzt auch rauslöschen. Könnte ich das einfach lassen? An der unten in diesem Teil? Für Skizzen oder sonst was? Oh mein Gott, das ist natürlich total hässlich, weil... Aus vielen Gründen. Ähm... Es braucht schwarz natürlich am Rand. Und der Abstand der Rippen ist natürlich... Oh mein Gott. Okay, ich gehe schnell raus aus... Ich gehe schnell raus. Okay, es hat natürlich viele Gründe, warum das scheiße aussieht. Also zumindest brauchen wir ja einen Abschluss. So, und das andere Ding ist... Moment, das muss halt einfach... Das hier muss... Tiefer. Ich mache jetzt erstmal nochmal das hier komplett weg. So, jetzt habe ich oben unten eins und oben eins. Das ist jetzt schon mal mittig. Das heißt, es würde immer sehr gleichmäßig aussehen. Ach, Schnauze-Pixel. Habe es schlimmer erwartet. So, das Problem ist... Das muss ja zu sein, ne? Aber so richtig schwarz sollte das auch nicht sein. Ich habe ja hier noch eine Farbe über. Weil das geht ja so nach hinten. Das ist vielleicht so ein ganz dunkles Grau. Ja, das ist halt Schitte. Die müssen hinten noch zurückgehen. Na, aber wie sollen die hinten zurückgehen? Also, das Problem ist, dass hier die Kante einfach fehlt. Aber wenn du das schwarz machst, ist es ultra hässlich. Na, das sieht halt nur noch scheiße aus jetzt. Ich glaube, weil das Ganze zu dick ist. Nee. 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 Ja, es sieht sehr komisch aus, aber ich finde es vielleicht gar nicht so blöd, weil ich muss jetzt mit irgendwas arbeiten, das den Rand hat und dadurch, dass ich den Rand habe, darf das nicht so dick sein. Also es ist jetzt erstmal weird, aber vielleicht so, also davon dann lieber mehr, also das ist einfach so ein bisschen, vielleicht auch unregelmäßig, wenn der jetzt vielleicht einen anderen Knick hat, aber das könnte besser aussehen. So, da ist jetzt eins frei. So, eins frei. So würde es passen. Hier, was haltet ihr davon? Ist doch gut, oder? Von der linken Seite, nicht von der rechten. Ich glaube, das ist es. Boah. Boah. Ah. Irgendwie Panne. Und der Abstand ist nicht richtig zwischen den einzelnen Teils. Und dass er natürlich keinen Boden hat, ist natürlich auch dumm. Aber erstmal nicht schlecht, oder? Aber das Ding ist jetzt auch, das würde nochmal anders aussehen, wenn der nicht auf Manschern wäre. Und wenn er einfach auf zwei senkrechten Knochen fährt. So, das Problem ist, ja, ich könnte, das geht natürlich noch. Hallo, der sieht doch jetzt schon, guckt euch jetzt mal das Gesicht an, Achtung, Transformation. Auf jeden Fall gruseliger. Ich glaube, die Stacheln müssen jetzt ja auch weg. Die Stacheln sind jetzt ja auch Quatsch. Also das muss ja eigentlich weg hier, oder? Weil das ist ein Schädel. Eher Risse rein, ja. Oh mein Gott. Dieser Pokey. Legenden Pokey. Passt auf, wir machen jetzt einfach einen richtigen Riss in den Kopf, hier irgendwie in die Seite. Passt auf, wir machen jetzt einfach ganz wild. Und hier fehlt auch ein Stück. Das ist zu glatt. Das ist doch mega. Oh mein Gott. Der ist jetzt gut. Ich finde ihn gut. Das ist doch geil. Die Ripp, also ich, die schwarzen Ecken weg. Achso, ja, das stimmt. So, vielleicht das auch raus. Und dann so dunklere, nicht so schwarze Flecken. Oder das hier. Ja, mal das vielleicht. Noch ein Stachel weg. Wie ein Stachel weg. Ich will oben nichts verändern, weil die Hitbox dann, dann könnte das irritieren. Ich will, oben soll der genau wie ein Original sein. Ich will oben nichts verändern. So, jetzt ist das Problem, warum ist das so schwarz oben? Ach, weil ich nicht implementiert habe? Ja. Jetzt ist das Problem. Ist es klar, dass man auf den spinnt? Oder macht man jetzt einen Normal Jump und wundert sich, dass man stirbt, weil der ja gar keine Stachel hat? Das ist jetzt halt wieder das Ding, ne? Style über... Ja, ein Zahn ist nicht so easy. Da müsste der Mund größer. Das sah jetzt ja richtig scheiße aus. Habt ihr es gesehen? Achtung! Einfach einen so einen Zahn, obwohl das ist gut. Das ist nicht schlecht. Das sieht halt total bekloppt aus. Ach, wie das? Ich glaube, so toll ist er jetzt noch nicht geworden, dass ich ihn hochladen muss. Ähm... Okay. Aber das Problem ist, ganz klar, hier unten ist eine Lücke und wenn das nächste Teil ansetzt, ist da oben Status mit einer Lücke. Das heißt, deswegen ist an jedem Segment eine Zweierlücke. Das ist das Problem. Und dass der... Ich frage mich auch, ob das nicht zu breit ist. Auf der anderen Seite ist es so schlimm gar nicht. Wenn das ein bisschen unregelmäßig ist. Weil, so ohne weiteres glaube ich, kann ich das nicht beheben, das Problem, ne? Wenn ich den jetzt hier oben hinsetzen würde. So, und dann den nächsten hier dran. Wir testen mal den nächsten hier dran. Dann passt der nicht mehr. Das geht nicht. So, das heißt... Das geht nicht. Wenn du die Wirbelreihe einzeichnest, kannst du die Wirbelsäule oben und unten abschließen. Da müssen dann auch die schwarzen Ecken weg. Wo meinst du? Müsste ich nicht auch hier das weg machen? Das sieht doch auch nochmal besser aus. Ja sicher, das sieht viel besser aus. Und jetzt ist die Frage, ob ich... Ach so. Da hast du recht. Ja, das sehe ich noch nicht immer. So, und wenn wir jetzt hier die Wirbel noch rein machen... Und hier würde ich fast gerne noch ein... Hier würde ich gerne... Nee. Das geht nicht. Ich habe zu wenig Platz. Wirbel nicht so gerade? Ich habe zwei... Was soll ich denn machen? Naja, das hatte ich ja gerade schon, aber das sah auch komisch aus. Wenn ich die jetzt hier oben hinsetze. Obwohl, das sieht besser aus. Nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Jetzt könnte man natürlich... Moin. Moin. Kurzer Gruß und wieder WCP. Ja, das ist das krasse Steel Art. Aber guck mal. Dafür, wenn du dir dann... Wenn du... Der sieht gut aus. Wenn du jetzt so einen Pokey hast, wie cool ist das denn? Wenn du dir selber so einen gebastelt hast. Oh, der ist noch nicht der richtige. Ist doch mega geil. Das ist doch einfach geil. Alter! Der sieht doch einfach mega aus. Ja, jetzt... Andersrum, damit unten der Abschluss ist. Ja, das stimmt. Aber so ist doch jetzt richtig, oder? Ja. Ja, nur, dass er keinen Boden hat, ist komisch. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber es geht nicht. Ist halt ein Pokey, der nur aus zwei Elementen besteht. Der hat ja nicht noch ein Bodenelement oder so. Ich kann die Knochen ja ähnlich weiß färben. Wir können es mal ausprobieren. Es wird... Leute, also erwartet einfach keinen Level bauen heute. Ich möchte einfach ein cooles Design haben. Ich habe da einfach gerade Bock drauf. Das macht einfach Spaß. Das macht einfach richtig Bock. Das liebe ich so sehr. So, wir können dieselben Farben nehmen. Platz ist ja da. Ginge. Sollen wir mal ausprobieren? So, wir brauchen jetzt nur einen noch dunkleren Ton. Ah, ich könnte das natürlich auch einfach überschreiben. Aber dann sind die Steine auch so. Ne, 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 will ich nicht. Dann nehmen wir noch einen noch dunkleren Ton. So. Jetzt nehmen wir hier das ganz Dunkle. Oh, das könnte besser aussehen, oder? Das sehe ich schon jetzt. aber ich glaube das ist viel besser das weiße Auge ist nicht schön das ist zu hell ich habe weiß gar nicht ich finde dieses ganz krasse weiß auch heftig ich weiß nicht ob ich das brauche das ist einfach zu krass viel besser viel besser viel viel besser ach so das Endstück viel besser irgendwas ist noch gelb irgendwo fehlt was nach da viel besser Leute 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 viel besser viel besser super geil ich liebe das man kann und das ist das man kann so krass versinken in dem Scheiß man kann so krass versinken in dem Scheiß ist der Poke nicht weiß oder ist der Poke im Gesicht komplett weiß also das ist super hell ich weiß nicht ob ich nicht super weiß zu weiß finde das leuchtet so krass das leuchtet so krass ich möchte zumindest nicht ganz weiß sein die Rippen sind zu groß kannst du nicht so einfach drehen das war ja erst mein Versuch XX Gym ich lege nicht sehr viel Wert auf Realismus in diesem Spiel okay jetzt habe ich auch ein graues Fass weil ich ja die Palette verändert habe unten wo es schwarz war finde ich gar nicht so hässlich um ehrlich zu sein damit kann man was machen das passt optisch super rein das kann man benutzen für irgendwas als Plattform ja jetzt habe ich Map6 die nicht gespeichert das Pink ist natürlich jetzt nicht so schön aber das finde ich passt jetzt ja richtig gut rein ja das ist super ich könnte natürlich die Fässer als Pipes nehmen und da kommen Piranhas raus ja brauchen wir jetzt auch noch müssen wir jetzt auch noch Knochen Piranhas Pixeln nein oder müssen wir nicht puh okay ja ich was war denn ich gucke nochmal bei Blocks was gibt es denn bei Blocks wenn ich Bones eingebe nix bei Sprites und wenn ich Bone nur eingebe Bone macht auch mehr Sinn das ist ja schon hier irgendwie cool das finde ich ja geil ich habe noch eine ganze Grafikdatei frei ein Grafik Slot Knochen Piranhas naja ist jetzt nicht so ganz easy ich meine ja wir können es einfach mal ausprobieren ich meine was wo ist es ja wir probieren es jetzt einfach aus wir machen Backup und basteln es müsste die 216 sein hä welche ist denn das standardmäßig das ne ja wir haben zwei Farben übrig ne drei Moment ich mache mal kurz ein Backup davon auf Desktop so weil könnte durchaus auch versaut werden Wüste 2 so das ist ein Mansha ja ich meine wie kriegt man so ein Mansha Knochig das können wir ja gleich einfach drehen das ist ja hier gar kein Problem ein Totenkopf naja aber der muss ja vorne ein Maul haben muss ja schon nach vorne aufgehen und ich meine welchem Batteri ist denn das hier ist der schwarz ich meine ist ja eigentlich egal ich kann ja den rand ich muss einfach diese schwarz nehmen das heißt ich hätte noch ein ton so ich mache jetzt erstmal die farbe anders sondern da muss man überlegen es muss ja die form es muss ja komplett verändert werden wir könnten ja auch jetzt hier komplette löcher reinmachen wir könnten das ja transparent machen angenommen wir haben hier so ein loch ich mache einfach mal drauf los weil ich wüsste nicht wie es sonst machen soll das sieht schon mal gut aus hier seht ihr das das cool ins maul ein riss rein da ist zu viel oder lippen dünner und dafür zähne länger da 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 Ich könnte natürlich auch irgendwie so eine Zunge machen oder so. Vielleicht braucht er auch gar keine Zähne. Er hat auch irgendwie was, oder? So ein bisschen Farbe. Was ist denn mit so einer vergammelten Zunge oder sowas? Da bräuchte ich dann aber noch mal ein bisschen anderen Ton für so ein Highlight irgendwie, oder? Und jetzt ist mir das hier zu eng dran. Das sieht ungewollt komisch. Das sieht nicht gut aus. Das können wir nicht so machen. Geht nicht. Klappt leider nicht. Was ist denn damit jetzt? Ich habe keine Farbe mehr über. Muss man auch mal in Bewegung sehen, oder? Muss man in Bewegung sehen, gleich mal. Kannst du jetzt so viel hin und her machen. Musst du sehen, wenn es fertig ist. Gut, aber jetzt müssen die Löcher müssen natürlich an derselben Stelle sein, ne? Ah, okay. Das ist natürlich sonst Quatsch. Eigentlich müsste ich das ganze untere hier kopieren. Oder? Moment, ich kopiere einfach die ganze untere Hälfte. Sonst ist es ja scheiße. Ja, das muss so sein. Eigentlich reicht es so. Okay, let's go. Ähm, Piranha pflanzen. Das ist keine Piranha-Pflanze. Ah, die Palette noch nicht hier reingeladen. Ach, und das Grüne, das Gestrüpp muss natürlich gleich noch weg. Das Gestrüpp ist noch dran, Leute. Was ist denn jetzt passiert? Oh, no. Ich brauche die hier noch. Ah, Moment. Ey, shit. Das hasse ich. Oh, ich hasse das. Oh, ich habe das. Sagt mal was. Also Gerüst, knochig sieht sie nicht aus. Aber es passt auf jeden Fall ganz gut, oder? Ja, da unten müssen Knochen dran. Die Propeller müssen Knochen sein. Ja, das grün ist Kappes. Das ist richtig. Ja, das müssten jetzt Knochen sein eigentlich. Was macht die Animation denn eigentlich? Verstehe die gar nicht. Also die Farbe kann ich natürlich jetzt easy ändern, aber... ... ... ... ... ... ... ... Aber ich will nicht nur die Farbe ändern. So, das ist das Problem, was ich gerade habe. Ich glaube, es ist besser, wenn da auch irgendwie Knochen sind und nicht so komisches Gestrüpp. Ist immer noch grün. Warum? Ach hier, da gibt es noch eine. Ah, okay. Ja, also das ist jetzt irgendwie zu... Ich meine, ich finde das vom Setting her sehr gut einfach hier. Also Wüste mit Knochen, das ist hier gerade sehr gut getroffen. Aber die Propeller finde ich jetzt ein bisschen dumm. Was passiert denn mit der Animation? Ich verstehe das gar nicht. Flippt die? Einfach nur ganz schnell X? Sieht einfach nur schwarz-weiß aus, ja. Ja, das ist es. Vielleicht liegt das daran, dass die Lippen hat. Ich verstehe das gar nicht. 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 Mortal Kombat. Ja, ich weiß auch nicht. Also dann würde ich, glaube ich, auch lieber hier auf so ein Rot nochmal gehen. Jetzt könnte man sich zwar fragen, was soll das sein hinten? Moment, was ist denn... Das ist die Palette von... Guck mal, sowas würde natürlich auch gehen. So zerfleddert einfach oder vertrocknet, ne? Anstatt Schäbel. Also sowas irgendwie. Oder so in die Richtung. Vertrocknet. Ich glaube, vertrocknet ist besser. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ditz, ditz, ditz ... So. So. Dann, du hast goat, dein Miner. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das Import? Ich verwechse es immer. Ja, okay. Ja, jetzt nur der Propeller da unten dumm, ne? Ich durfte sowieso die Farbe nicht ändern, sehe ich gerade. Ja, jetzt nur der Propeller da unten. Ja, jetzt ist natürlich auch alles sehr viel auf einem Bild zu sehen, ne? Ja. Aber generell bin ich sehr happy eigentlich. Tabelle, danke für den sechsten Monat. Was ist mit den Lippen los? Ja, das stimmt. Die Lippen sind das, was es irgendwie komisch aussehen lässt. Wir machen jetzt mal so. Wir testen mal ein paar Sachen. Einfach mal ein paar Risse rein hier. Sieht das nicht schon besser aus? Sieht das nicht schon besser aus? Klar werde ich den selber zocken, Siu. Achso, geschlossen. Na gut, geschlossen dürfte natürlich jetzt auch nicht so aussehen, ne? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ne, das ist zu viel. So. Mega. Oh mein Gott. Ey, ich find's super. Es ist so gut. Jetzt könnte man halt noch überlegen, ob der Propeller cool ist. Ich meine, die ist einfach zerfleddert jetzt. Das ist jetzt keine Todes Pflanze, sondern die ist einfach zerfleddert. Zunge nicht rot. Ja, ich will jetzt nicht zu lange hier. Die Piranha-Pflanze ist erstmal gut. Na, auf der anderen Seite muss sie auch irgendwie fliegen, ne? Ähm, es ist, man muss jetzt auch nicht zu übertreiben. Vielleicht ändert man nochmal ein bisschen was. Ich kann gerne nochmal als letztes Ding ausprobieren. Wie sieht's aus, wenn die Zunge... ... ...grün ist. Das können wir gerne nochmal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Ach, das sind auch die... Ach, das ist die gleiche Palette wie die scheiß, äh... ...Explosionsplattform. Na gut, aber die brauch ich eh, glaub ich, nicht. Ignoriert mal die Explosionsplattform. Die kann eh weg. Ja, es ist Geschmackssache. Ich weiß noch nicht. Ich lass es jetzt mal so. Ähm. Und wie war das? Wenn ich hier eine... ...zwei reinmach, dann ballert das Ding, ne? Ne. Wie lass ich das Ding ballern? Ballert das jetzt? Ja. Okay. Nice. Okay. Sehr gut. Ich glaub, jetzt kann ich mal langsam bauen, oder? Was sagen denn jetzt meine normalen Shells von der Palette her? Haben wir jetzt zufällig schon eine passende? Oh ja. Wir können solche Shells ins Level bauen. Das passt doch sehr gut. Wie ist denn das jetzt, wenn wir ein Segment im Pokey abkloppen? Sieht cool aus. Sieht alles gut aus. Na, das ist natürlich hier ein bisschen dumm. Aber das kann man fixen, glaub ich. Und die Shell mir fast ein bisschen zu hell ist, oder? So, was haben wir denn für Pipetöne? Oh, das ist natürlich noch schöner als das Fass, oder? Oh, die Pipe ist ja richtig schön, find ich. Die Farbe. Und auch so ein Blau. Ruhig so ein paar Farbakzente. Oh, ich glaub, das Fass ist Müll. Warum ist denn die so breit? Also. Hat die nicht so eine sehr breite Kontur gerade? Sieht so unnormal aus, oder? Den Kaktus die Arme auf unterschiedliche Höhe setzen. Ja, das geht. Bitteschön. 4 zu 3, Style Setter. Was ist mit der Pipe? Warum hat die so eine dicke Kontur? Das ist doch nicht normal, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Warum ist die so schwarz am Rand? Irgendwie sieht das komisch aus. So, wir lassen es jetzt. Wir belassen es jetzt dabei. Ich würde vielleicht noch einen letzten Versuch hier machen. Ich glaube, das gefällt mir besser. Dass man so die ursprüngliche Farbe von ihr noch mehr erahnt. Irgendwie. Das finde ich besser. Oder hier jetzt so ein Gammel. Nee, das ist hässlich. Es sieht vertrockneter aus. Das andere hatte mir zu wenig Farbe irgendwie. Und jetzt ist gut. Mit der Pflanze. Mit der Piranha Pflanze. Aber ja, ihr seht, was das ausmacht. Das ist halt sofort super speziell. Oh nee. Jetzt habe ich die falschen editiert hier. Oh nee. Oh, ich versemmel es mir. Weil ich in der falschen Palette bin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mist, jetzt muss ich das erstmal wieder herstellen. Das wird jetzt ein bisschen assi, oder? Das ist irgendwie nicht die richtige Farbe. Hier muss ich hin, ich Depp, um die Piranha-Pflanze zu editieren. Moment. Ja, und der Propeller, dass der jetzt so grau ist, ist halt dumm. Das muss nicht sein, oder? Es reicht, dass die zerfleddert ist. Und dann ist aber gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Piranha-Pflanze. Die nervt. Die nervt. Das ist super. Das war viel zu... Das ist viel besser so. Es muss halt ein bisschen noch nach Pflanze aussehen. Das war mir zu... Zu... Schwarz-Weiß gerade einfach. Jetzt hast du es einfach... Jetzt sieht es einfach aus, als wäre es von der Sonne... Ja, das wäre es einfach zerfleddert. Das ist gut so. Ja. Ja, das ist super. Ich glaube, ich baue mal drauf los. Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges? Moment, ich habe diese... Die Plattformen mit den Sekunden. Ach, Moment. Habe ich die Zahlen drin für die Shell? Ach, das ist dann aber die Grüne, glaube ich. Moment. Das würde ich noch gerne machen, weil ich will ja die Shells... Mit dem Counter haben. Multi-Bounce Shell. 10, 11, 12. So, das testen wir jetzt mal. Das sind... Die müssten ja immer noch die Grünen sein. Und den auf 2, damit er nicht mehr spuckt. So. Ja, okay. Die Zahlen sind drin. Hm, aber das sind jetzt grüne Shells. Weil der auf welche zugreift? Ne, ich glaube nicht Chaos-Tor. Ich habe ja gar keine grüne mehr, oder? Ich meine, muss ja. Doch, ich habe eine grüne. Wo sind denn die Shells drin? In welcher Grafikdatei? In welcher Sprite-Datei? Null? In der Null, oder? Oder hier? Ist das das Grün? Woher weiß ich das denn? Ist das das Grün der Shell? Das sind die Shell-Farben hier, ne? Ich glaube, das hier sind die Farben der Shells. Was würde denn besser aussehen? So weiß finde ich auch nicht gut. Einfach ein bisschen angepasst ans Level. Das Grün. Ich müsste hier im Prinzip solche Farben hier nehmen. Die, die ich hier oben schon habe, um das wieder aufzugreifen. Viel besser. Das muss gemacht werden. Von dem Kaktus nämlich die Farben. So. Ich das jetzt speichere. Müssten die jetzt einfach genau so einen Grünton haben wie der Kaktus. Ja, boah, wie gut. Wie schön. Wie viel schöner. Das ist... Das sind einfach nur so ein paar Farbnuancen. Aber es passt so viel besser ins Level, oder? als diese knallige grüne Shell gerade. Ich will keine unterschiedlichen. Ich werde nur die mit den Zahlen nehmen. Ja, ist so, Viper-Spiel. Die Zahlen machen... Eigentlich müsste ich... Eigentlich müsste ich den Boden der Plattform auch anpassen hier an den Hintergrund zum Beispiel. Ja. Damit alles zusammenpasst. Das ist so viel besser. Oh mein Gott. Super geil. Ich habe richtig Bock, gleich das Level zu bauen. Okay, dann haben wir das auch. Die Multibounce-Plattformen... Äh, Shells sind da. Pokies. Ja, ist doch alles, was wir brauchen. Ich weiß noch nicht, was mit dem Hintergrund ist. Ob ich das so geil finde, dass der einfach nur so... ...einfarbig ist. Ach, Mansha. Mansha wäre noch gut. Ja, oder Spikes. Genau. Das wäre noch eine Sache, die wir brauchen. Oh ja, Mansha. Ja, wir brauchen noch Mansha. Und dann wird gebaut. Die passende Mucke fürs Level habe ich, ja. Können wir mal... Also ich glaube, ob das... Ich mache mal hier Pause. Ist jetzt auch irgendwie doch nett, ne? Egal. mega finde ich gut diese panzer was sind denn panzer das hört sich schon nach wüste an sehr gut aber wir brauchen mancher in der tat oder nehme ich die stacheln jetzt in weiß die überlegung gab es ja da war es ja nur das problem was ist damit das sieht doch sogar cool aus in weiß ich glaube dass das schlau ist dann hat man noch mal so ein bisschen kontrast er kommt das ist doch jetzt offensichtlich dass das stacheln sind oder also dass man sterben würde das ist cool das zieht sich dann mit dem schwarz weiß gut hier durch das ist cool finde ich zu hoch ja mag ja sein aber das war jetzt ja auch nur kann es natürlich auch wie das pixel vorhin schon gesagt hat die wirbelsäule quasi hier in den boden machen was wenn wir einen ganz weißen hintergrund nehmen sieht jetzt gerade seltsam aus das sieht beschissen aus ich glaube das ist geil dunkelblau ich glaube blau ist irgendwie zu zu hell ne zu hell ne zu hell ne auch geil auch geil und jetzt wir müssen aber denken hier ist jetzt ja noch nichts gebaut sie ist einfach lehrer screen da sind ja sachen dann im vordergrund noch was man einfach wie lange es dauert bis man einen schönen style hat ja jetzt gibt es mir zu sehr grau ja das stimmt was habe ich hierfür noch für möglichkeiten paletten technisch so ein heller sandstein gut jetzt ein paar sterne bank 0 80 bis 8 wie war das nochmal wenn man hier jetzt was reinmachen möchte so hier ist mein hintergrund das heißt es muss auch auf dieser bank sein sehe ich richtig oder das heißt wenn ich jetzt hier irgendwas kann ich jetzt sowas animiertes dahin setzen und das nutzen in meinem hintergrund oh ja krass okay das geht so einfach das war mir gar nicht klar bald bin ich drei verdammte jahre älter seit ich dich und die community kennen gelernt habe denn charlie ich danke dir vielen vielen dank für den support und ja ich 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 habe aber keine transparenten sterne das ist ja doof oder gibt es transparenz hier was funkelt das habe ich nicht wie wie komme ich denn da dran am besten wie ja so ein paar sterne fände ich bestimmt nicht verkehrt aber so ja natürlich nicht mitten im hintergrund das ja super schäppig aber das könnte ich jetzt platzieren ich müsste eigentlich nur genau die farbe treffen im hintergrund dann würde das gehen ja das würde gehen ich müsste genau die farbe im hintergrund haben neben dem mond war da was leider nicht ja eigentlich muss ich nur genau die farbe treffen ja ich glaube dass bei diesen animierten dingern nicht so einfach zu finden naja das natürlich recht eigentlich müsste man natürlich nur die farbe im hintergrund muss das transparent bekommen aber das glaube ich nicht so ganz simpel das liegt hier in fg 14 aber das muss ja auch in der animations datei seine hier und da kann ich nicht so einfach rein und dann die farben ändern oder doch hier im prinzip muss das alles nur transparent sein das stimmt die 14 moment wo haben wir die 14 vordergrund 1 wir testen das mal war mein gehirn so das jetzt die 218 und die machen wir transparent und die bauen weil es rein ja 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 die wirklich ja das ist nicht zu mainz geht nicht Ich sag ja, das ist irgendwie mit der Animation Keine Ahnung Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht Die Animation kommt von der Grafik 33, Animation 1 Aber ich hab doch hier die 88 drin geladen, wegen meinen Schaltern in meinen Grafiken Muss ich da mal rein? Ne Ah, hier muss ich das ändern Richtig? Aber hier ist es doch transparent Oder ist es das hier? Ne, er kommt, es ist scheißegal Dann lass ich mir noch irgendwas einfallen Sag ja, wenn das Level bebaut ist, sieht es auch nochmal anders aus Jetzt sieht man hier sehr viel Hintergrund, aber da kann ja auch was sein So, dann siehst du ja nicht mehr so viel Gut, ich glaube, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden Jetzt können wir bauen Ja, der Hintergrund ist so mittel Dankeschön, Kai ist Tor Achso, ja Das ist nicht gut Das müsste halt Luft sein Und das nicht Das heißt, ich brauche eigentlich Platz daneben Das habe ich nicht gut platziert hier So muss das sein Weil der hier Muss 25 sein Und die müssen 130 sein So ist das richtig Damit ich da nicht so komisch fliege vorne Oder? Oder ist das ein Denkfehler jetzt? Nee, so ist richtig Ja Okay, perfekt Die Grundidee ist relativ Vanillamäßig Pokies, Shelljumps Was ohne großen, komischen Vierlefants So will ich es mal sagen Ohne Vierlefants Jump'n'Run Da ist noch ein Block Luft Als 130 eingestellt Stimmt Und der muss eigentlich eine 300 sein Wenn ich konsequent bin Und der auch Der muss Luft sein Der auch So ist es richtig Ja, wenn ich da dran springe Muss ich sterben Weil sonst ist es nicht konsequent Oder? Ja So, wenn ich das hier habe Mal angenommen Könnte ich natürlich Das obere nehmen Hier hinpacken Und hier Das hinpacken Dann ist nur das tödlich Und man könnte den Boden so bauen Nur mal theoretisch Das ist noch besser Dann müsste es aber Ach, dann müsste es ja sogar Offen sein Das heißt, wir kopieren das mal hier So und die Mitte Muss verbunden sein So ist richtig So und die oberen sind Death Blocks Und das einfach Zement Oder? Ja So Ne, nicht schlau Oh Mann, dieses platzieren Ich hasse das Weil ich kann die Mitte Jetzt ja nicht rausnehmen So Boah, Alter Ist das eine Gefriebelei So So soll es aussehen Dann sind das hier Death Blocks Und das ist Zement Okay Boah Uff ey Hallo Nika Okay Ich weiß nicht Warum der Rand da ist An der Röhre Weiß das einer? Habe ich einmal Zu viel Schwarz In der Palette? Eine 218 Warum ist das so dick? Ich meine Ich kann das ja eigentlich Wegpixeln Oder? Oder was ist das Problem? Das ganz Äußere? Was ist das Problem? So Achtung auf die Pipe Auf jeden Fall schon mal besser Und warum ist hier oben Das Muss das nicht mal weg? Sieht doch auch viel besser aus Oder? Warum ist das nicht immer so? Das sieht doch viel schöner aus Warum ist denn eine Pipe Immer so komisch Eckig oben? Hä Das ist doch viel besser Und eigentlich müsste man hier auch noch Was rein Hier eine Lücke reinpixeln Oder? Oh Falsch Ist das so nicht schöner? Also ich finde die Pipe so schöner Viel ordentlicher Ich lasse sie jetzt so Es ist keine normale Pipe Aber es ist viel schöner Der dicke Rand hier ist glaube ich perspektivisch sinnvoll Oder? Oder ist das Quatsch? Schöner finde ich ist so Naja Ist ja auch Spielt ja keine Rolle Das ist ja wirklich Spielerisch Keine Hat es keine Auswirkung So und jetzt gehe ich zum Klo Und dann bauen wir Ja so ist der Plan Hey Ging das nicht schnell? Ich gehe jetzt zum Klo Und dann bauen wir Wir bauen kein Klo Leute Es macht mir so einen Spaß Muss ich sagen Es macht mir so einen Spaß Ich mache eine kurze Pipipause Ich mache mir kurz einen Toast In den Toaster Der Dinokopf ist ein guter Startpunkt Ja dann weiß man direkt was los ist Ich gucke mal Und in zwei Minuten geht es los Und dann bauen wir endlich Das Level Aber ich sage mal Das Level bauen geht ja relativ zackig Wenn man einmal Die wichtigen Sachen hat Rexe fände ich auch noch gut Als Schlangen oder so Wäre schon auch noch top Wenn man so ein Ach egal Kurze Pipipause Ich bin Störer Äh Kirche auch Guck mal wie die tanzen im Winter Was mit dem Hasen da hinten los Oh ja das Das ist voll schön Mich? Oh nein Oh nein Jetzt bist du Störer Come on Perfect mount Come on No Letzte Phase Schön was morgen Boah Ja lieber so einen Scheiß als diese blöden Waden Ha 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 Was sagt denn noch Ah ich hoffe Bye Ich denke ich muss da rein Oh ich will mich selber aufheigen Warum sollte ich denn plötzlich in so eine Röhre gehen? Warum Sollte es Warum macht es Sinn Dass ich Was passiert in meinem Gehirn? Ich weiche hier in dem Level 50 Röhren aus Und irgendwas in meinem Gehirn sagt plötzlich Ich soll da in die Röhre Ich verstehe es nicht Ich will reingucken in meinen Kopf Geh doch ran Hä what Ich weiß nicht was passiert Oh mein Gott Der Cheese Ich weiß nicht was passiert ist Komplett zerchießt das Level Xivius danke für dein Subgeschenk Oh mein Gott Okay Nehmen wir mit Was auch immer das war Im Prinzip muss es sogar schneller sein Morgen um Ähm 15 Uhr Kommt meine Roomtour Wenn ihr darauf Lust habt Könnt ihr das bei Bei Ebay Wollte ich gerade sagen Könnt ihr bei Ebay gucken Gleit das auf Ebay hoch Geht 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das sind die Leute, nur nehmen, 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 nichts geben Das ist es, das ist die moderne Einstellung hier Alles klar So ist es leider mittlerweile So ist es leider geworden Was soll man machen Hä, nice Wirklich, obwohl ich ihnen dann ihre Freiheit nehme Und damit ist das Spiel aus Es bleibt bei nein Dann danke fürs Spielen Was zur Hölle passiert hier? Mario? Die Elfenflöte 24 Attack Hast Laber doch nicht Haste, Leute Wichtigster Zauber der Generation Ah Ich glaube nicht Tom Wayne Easy Wer weiß, was passiert ist? Wer weiß, was passiert ist? Easy Wer weiß, was passiert ist? Pff Den Sinn Sag mal, wie macht der Zug? Noob, noob Also Hallo? 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 Junge Junge Was denn? Drei Nein, nein, nein Ich dachte, da rennt in die Wand Der Pannekorb Okay, das ist schon gar nicht mehr so leicht Das ist echt Nee, warme Pizza finde ich nicht besser als kalte Ja, fahrt doch hoch Jetzt fährt der hoch Ey Der fährt nicht hoch Und dann gehe ich nach links Und der fährt hoch Rie So Kleinigkeit gemampft Jetzt geht's los Jetzt wird gebaut Oh, Moment Wie, was? Was willst du? Auf jeden Fall Weißt du, wie viel wir jetzt gerade gepixelt haben? Dafür habe ich die schönsten Gegner Die ich je gesehen habe Ja, ich weiß nicht Wenn du nicht siehst Dann sag ich mal Dann freu dich auf Custom Schönheit Als wirklich Also zumindest jetzt alles vorbereitet Implementiert und so weiter Und jetzt sieht's Es sieht super aus Ich bin happy Ich bin sehr happy Es ist Vanilla Also ja, so Vanilla dann auch nicht mehr Also es ist In seiner Mechanik ist es Vanilla, das Level Aber optisch Oh mein Gott Es hat einfach jetzt so gepasst alles Und es hat so viel Spaß gemacht Alles irgendwie in Knochen zu verwandeln Und so Das war einfach jetzt nice Punktende aus So Wir starten Ich mach jetzt echt Jetzt geht's erst los Jetzt geht's erst los mit dem Level Uh Ich lösche mal ordentlich was Glaube ich Ich finde das ist Tatsächlich ein schöner Punkt zum starten Hatte gerade jemand gesagt Raptus Zero Vielen Dank für 5 Sub Geschenke Vielen, vielen, vielen Dank Ähm Okay Dass der Hintergrund da Blau ist Ist ja dumm Macht ja keinen Sinn, oder? Dann lieber so Es geht ja nur um den Um das, was man dahinter sieht Okay Und hier brauche ich Muss ich mal eben denken Das ist jetzt wieder ein Denkfehler, ne? Okay Ich müsste eigentlich noch einmal pixeln Diese kurzen Hässlichen Aber die sind natürlich nicht sehr schön Aber die brauche ich ja Ja, die brauche ich Ah doch, die sind sogar okay Die sind sogar okay Ähm, okay Das Ding ist Ich brauche die Okay, das brauche ich jetzt nicht mehr Aber ich brauche die auch getrennt Unverbunden Äh, das heißt Ich brauche das Und das Und das muss in der Mitte sein Und das gespiegelt am Rand So Jetzt habe ich nämlich alles Nee, falsch Das gespiegelt am Rand Und das hier hin So Zack, zack, zack Und das sind alles 300er Okay Ohne Text Ohne Text geht das auch So Das könnte auch fast noch länger sein Das Gerippe, ne? Das ist doch eigentlich easy zu machen Ja, das würde auch viel mehr Sinn machen Mit der Hitbox der Spikes Das ist sehr viel schlauer Mega Ey, das sieht doch schön aus, Leute Oh, das wird schön Das wird schön Der ganz rechts hat aber in der Mitte Keinen weißen Knochen Oh, das stimmt Ja, das ist gewollt Das ist Perspektive und so Das weiß doch wohl jeder Meinst du so? Oh ja, das ist ja mega Okay Jetzt bin ich happy, Leute Das sieht einfach zu gut aus Finde ich Andersrum logisch Ja, das stimmt Aber wer will denn Logik? Ja, es macht mehr Sinn Es macht deutlich mehr Sinn Okay, ab geht's Leute Oh, ich hab Bock Ich habe Bock So, wir machen direkt mal Klar, dass man Das müssen wir direkt am Anfang machen Oh, was ist das für ein Purple geworden? Also für ein Blue Coin Äh, so bis neun Kurz nach Sieben Zwanzig nach so Dann haben wir hier wieder unseren Spieleabend Oh, die Wein sieht auch jetzt richtig schön aus Mit den grünen Tönen Junge, Junge, Junge So, und jetzt geht's los Äh, Poke-Action Auch nicht die Blog-Liste Wo ist er? Pokey? Da, die 70 Oh mein Gott Dieser Pokey Guckt ihn euch an Diese Hässlichkeit Guckt euch diese Hässlichkeit an Wisst ihr, was wir da nehmen können? Wir können einfach das hier als Deathblocks nehmen Hier aus der Das ist super Eigentlich müsste ich die noch höher machen Oh, das ist super So, das machen wir Und das ist Rip Und das ist nicht Rip Ah, es darf halt nicht zu knochig werden Da muss man jetzt ein bisschen drauf achten Ja, da muss man jetzt gucken Wie knochig wird es eigentlich? Oh yes Ey, wie schön sieht das aus Ich find's einfach richtig schön Muss ich ehrlich sagen Ich hätte das Ding gerne höher Wie war das nochmal? Ist es jetzt höher? Nee, wie konnte ich das Ding nochmal höher machen? Der 3 Wenn du drauf spinnst, kommt so eine komische Animation Was? Nein, das ist Pau Also ist das schon die ganze Zeit im Heck Wie konnte ich den Otto denn größer machen? Das ist ja auch so das war schon das größere ok so hier direkt am anfang markt deutlich machen dass dass man spinnen muss auf dem poky ich habe das hier noch nicht durchschaut wenn ich hier auf die 2g aber warum ist er nicht so groß wie da auf dem bild in der vorschau ist das ich mein das gefällt mir nicht so jetzt ist die frage möchte ich mit decke arbeiten oder nicht in dem level oder mache ich mir damit mein hintergrund hässlich damit muss man jetzt erstmal ausprobieren bisschen vielen dank point für den t3 sub im vierten monat herzlichsten dank das doof man macht sich versaut das passt nicht ja man macht sich versaut vor allem ja wollte sagen man versaut es sich okay es macht keinen sinn was ich jetzt hier gebaut habe ja ich muss jetzt am anfang erst mal erst mal eine struktur kriegen das macht keinen sinn schön ist es aber es macht keinen sinn so der läuft jetzt links gegen und dreht oben richtig nein er dreht nicht um weil er zu klein ist wie krieg ich den denn groß diesen scheiß poky hier jetzt wird er kleiner aber aber er ist größer geworden hä und warum rennt er nicht dagegen größe densen bange was ist denn seine hitbox ist das nur das kann natürlich sein ist es nur unten die hitbox der unterste block ja okay na toll dafür müsste ich eigentlich auch mitte und außen haben oh wie doof das kann man nicht ja 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 so so spielerisch brauchen wir jetzt aber eine decke Mist, ich brauche auch die mit Anfang und Ende. Oh, ist das übel. Oh, das nervt. Ich meine, ich habe ja hier noch Platz, aber das ist halt ätzend. Ja, oder man braucht halt die Stachel gar nicht. Äh, ja, das geht ja auch so. Dann ist es auch nicht so viel. Okay, ja, ja, das geht auch so. Komm, dann ist es auch nicht so viel Knochen, was man hier sieht. Ja, das geht auch so. Wer macht das mal Gummikasper? Sehr schlau. 81 Welche Höhe ist das? Ist das die linke Seite? Unter der Coin, ich denke ja. Sind die Coins überhaupt? War es direkt unter der Coin? Ne, okay, alles klar. Das heißt, wenn ich hier unten eine Lücke mache, geht der Pokey durch. Wenn ich den jetzt freilassen würde. Gibt es deine SMB-Playlist eigentlich irgendwo zum Nachschlagen? Nein, die gibt es jetzt leider erstmal nicht so zum Nachschlagen. Würde der jetzt hier durchgehen, wenn ich hier Luft machen würde? Ja, das wäre ja dumm. Aber würde er, ne? Oh, Mist. Mist, Dame. Ich weiß halt nicht. Ich will jetzt nicht zu viel Decke hier bauen. Das gefällt mir dann einfach nicht. Ich will mir das nicht zumachen hier oben alles. Sieht man von dem Hintergrund ja nichts mehr. Ich muss sagen, dass ich die Farbe und so unglaublich cool finde. Die Farbgebung in dem Level. Oh, das ist Phil-Style hier, der Jump. Den machen wir nicht so. Ich bin ja nicht Phil. Phil, der Resub, der läuft. Ich bin ja nicht. Das gefällt mir. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Wie bei mir ist das so. Das gefällt mir. Ich bin ja nicht. Aber ich bin ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Also wir brauchen jetzt noch einen Gegner, ich habe gar keinen typischen oder gar keinen passenden Gegner für Normal Jump, ne? Ich habe nichts passendes, das wird jetzt wieder Naked werden, aber das passt ja nicht Phil Moini Okay, ich baue erstmal das Gerüst, ähm... Soweit die Theorie Drybone, ja, kann man auch spinnen, ich will einen... Okay, Vorspuren ist schlecht Hat super geklappt, guckt mal, ich habe rumgepixelt Schalter? Bist du eine Illusion oder was? Und wir haben gerade so viel rumgepixelt Und haben Gegner in Knochen-Pokeys verwandelt und so weiter Oder Piranhas in verfolgte Piranhas Und es hat so Spaß gemacht Und es hat so gehol Largest So, die Theorie soll so sein. Die Frage ist, ob das alles ein bisschen eng ist. Der lange Knochen sieht ein bisschen komisch aus. So, und das ist jetzt einfach eine 82. Und der geht jetzt noch ein höher. Ah, ich habe die Map-60 nicht gespeichert. Also, ich finde, das ist bis jetzt das schönste Level von meinem, optisch. Optisch ist es auf jeden Fall das geilste. Ich weiß nicht, ob ich den Start so gut finde mit dem Pokey. Ja, ist schöner, ne? Ja, ist schöner. Es darf nicht zu knochig sein. Das bleibt noch nicht, ist noch nicht ganz sicher, ob der Hintergrund so dunkel bleibt, aber aktuell finde ich das ganz schön. Ich ändere nochmal alle Level? Warum sollte ich? Ich denke nicht. Ich finde, es ist halt eigentlich ein ganz netter Kontrast, wenn das so hell ist. Densee in Haart Densee in Haart Ja, voll, Jeryl. Das merkt man einfach. Das merkt man einfach ganz krass. Boah, ich finde, das sieht optisch so schön aus. Also, ich liebe es sehr. Ich weiß nicht, ob der Pokey nicht am Anfang zu schnell kommt. Das kann ich noch nicht sagen. So, jetzt kommt Auftritt für den verfaulten Piranha. Und da muss ich gleich mal abschätzen, wie lange die Plattform da unterwegs ist noch. Die lasse ich mir mal auf, die Datei hier oben. Ähm, Piranha. 75. So, 75. 2 schießt nicht. Und wie war das jetzt? Piranha links war 0,1. Ich weiß es nicht. 0,2 ist das nach rechts? Da muss ich mal am Anfang gucken. Ne, die geht nach unten. Ja, ein Tutorial-Part braucht das Level jetzt hier nicht, meiner Meinung nach. Stratum. Dankeschön für den dritten Monats-Support. So, wie war das? Ich kann die Verzögerung hier bestimmen, ne? Mit dem extra Bit. Was ist, wenn ich es auf 0,0 habe? Die unterschwellige Taxi-Teller-Werbung. Oh, das ist auch nicht solid, sehe ich gerade. Okay, das Ding ist... Ach nee, 0,0, ich bin dumm. Jetzt ging es ja nach oben. Ja gut, das macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, das hier war die Verzögerung, ne? Also, wenn ich das auf 2 stelle, kommt der dann früher oder später? Hm. Fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Als wäre ich nicht hoch genug. Warum kommt denn eigentlich der nächste direkt? Weil ich kurz... Oh, das ist furchtbar. Weil ich kurz nach links gehe und dann genau an dem Block komme mit dem Screenscroll. Äh, mit dem Respawn. Jetzt kannst du halt nicht sofort drauf. Das macht es auf jeden Fall viel schwerer. Ah, diese Piranha-Pflanze, die geht mir irgendwie auf den Sack. Warum sitzt die denn nicht gut? Was ist, wenn ich hier eine 5 mache? Ja, wir haben aber gerade auch wirklich lange gepixelt. Doch, das ist besser, ja. Ein Cape-Level? Weiß ich noch nicht. Weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht so. Okay, ich habe eine Idee. Oh ja. Upsi. Das sieht nicht so richtig geil aus. Oder? Gehen die nebeneinander? Sieht komisch aus, ne? Ja, das sieht nicht aus. Ja, aber das sieht halt auch nicht so geil aus, finde ich. Wenn die Dinger auf den Ecken sitzen. Wohl doch geht. Äh. 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 Ein. Das geht natürlich auch hier hin. Und ich glaube, ich nehme da auch wieder die Optik von dem Checkpoint. einfach schöner. Und da kommt jetzt eine Shell drauf. eine Einser. Und zwar eine Einser. Eine Elf. Ah, ich dachte gerade schon, was ist da los? Soweit die Theorie. Ja, stimmt. Ich sollte die... Du hast schon recht. Ich sollte die Säule eher solid machen. Sonst muss ich im Nachhinein wieder alles... Ja, das ist natürlich dumm. Das ist natürlich mehr als dumm. Ha! Ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht den Schalter auf die rechte Seite packen sollte. Dann ist der... Der, äh... dieser komische Winkel nicht so seltsam. Äh... Ne, das ist keine Playlist. Das sind SPC-Dateien. SPC-Dateien von SMB Central. Ich weiß nicht, das war jetzt sowas noch seltsamer. Ja... Ja... Ne, das gibt's nicht auf Spotify. Also gibt's bestimmt sowas in der Art, aber... Ne, das fühlt sich jetzt seltsam an. Ja, so geht's nicht. Ja, aber dann bin ich nicht schnell genug... Wenn ich die hier hin mach. Dann bin ich nicht schnell genug, um wieder auf die Plattform oben zu kommen. Die fällt. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen ätzend. Und... Ja, und der Stachel. Das ist nicht cool. Ja, dann musst du damit re-grab, Bruna. Dann lieber wie am Anfang. Ja. Das sollte ein bisschen Vanilla werden. Ja, aber wir haben gerade doch so viel Spaß am Pixeln gehabt irgendwie. Und der Pokey musste ein Skelett werden. Und dann musste die Piranha-Pflanze auch verfault werden. Ja, und dann nahm es seinen Lauf. Dann nahm es seinen Lauf. Stimmt, ich bin im Spin. Das ist natürlich Quatsch. Ja. 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 Die Mäntest... Ich weiß halt was vom Braindead. Ja. 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 Was ist, wenn ich den Pokey so platziere? Passt der jetzt oder ist er in der Decke? Das Ding ist, ich möchte jetzt mit der Shell neben ein, zwei Segmente abkloppen vom Körper, damit ich dann später auf ihn spinnen kann. Bis zum nächsten Mal. Hier geht er jetzt durch. Sehe ich das richtig? Nur weil das untere weg ist, das wäre eigentlich ziemlich nice. Ja, aber was ist da oben? Warum ist das obere Teil nicht solid? Hä? What the fuck? So, und jetzt wird er ja getroffen durch den Shell Jump und wird klein gemacht. Und dadurch möchte ich jetzt gleich auf ihn drauf spinnen können. Wie häufig wird denn der jetzt getroffen? Obwohl der Shell Jump, na, geht ja nicht mit einer Shell. Die Shell ist ja dann Rip und die macht den Pokey ja gar nicht klein. Und der Respawn muss hier irgendwie die verhindert werden. Durch das kurze nach links gehen. Das ist ja mega dumm. Ich weiß nicht, ob das nicht jetzt gerade schon wieder zu schwer wird. Ich brauche halt einen Normal Jump Gegner. Und das muss eine 2 sein. Boah, Alter. Das ist glaube ich ein bisschen zu wild. Das startet schon viel zu brutal. Ja, das ist zu assi. Ich sag's euch. Das ist zu assi. Ich sag's euch. Ich sag's euch. So, wie konnte ich den langsam machen? Den Hi-O-Pie? Weiß das nicht mehr. Die Pokeys muss ich schneiden. Ja, das muss am Anfang. Ja, der ist langsam. Und wie, den krieg ich jetzt, krieg ich den jetzt noch kleiner? Na, nee, ne? Wir testen. Ja, das darf jetzt am Anfang nicht so wild sein. Das ist assi. Was passiert? Den Crab Rave Song? Ich hab... Den hab ich jetzt ja nicht hier in dieser Liste. Boah, der Anfang ist so assi. Der Anfang ist so schlimm. Alter. Also, das muss man ändern. Das ist... Das frustret mich ja jetzt schon. Ja, das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Nee, jetzt hab ich's nicht härter gemacht. Äh... Der muss ein weiter nach rechts. Das passt nicht. Passt es, wenn es so schnell geht? Der ist note. Ja. Also... Kein Problem, Weltschmerz, passiert nicht. Ich muss ein bisschen Eingang runterschrauben, es wird wild. Das ist nicht unbedingt leichter, oder? Alle nackt aussehen und Limbo tanzen. Mist. Ah Mist, jetzt habe ich ja hier. Das passt ja auch nicht so wie es will. Das passt ja auch nicht so wie es will. Das passt ja auch nicht so wie es will. ein 7 Minuten Trailer von Mortal Kombat, ne, aber das was man gesehen hat von dem Trailer war halt ja geisteskrank cool. 2 geht nach unten, geht 0 nach oben. Sonic moin, ja ich sag's dir, Yoshi's Island super cool. Ja, macht keinen Sinn, weil ich hätte ja gerne, dass sie später erst rauskommt. Vielleicht lass die von oben kommen, Moment. Die Verzögerung ist noch auf 5, ja, da muss ich gleich mal ran basteln. Ich weiß halt, ich kann noch nicht einschätzen, wie sich das verhält. Der Start ist echt übel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich bastel gerade viel rum, aber es wird nicht produktiv heute. Sehr viel optisch gemacht, aber ich glaube, dabei wird's bleiben. Bauflow kommt heute nicht. Das macht ja auch hier keinen Sinn. Nee, das ist Müll. Nein, also jetzt, wenn du selber baust, geht das easy. Easy peasy. Was ist denn, wenn wir jetzt den langsamen hier nehmen? Wie auch immer das ging, ich weiß es nicht mehr. Wie geht der langsam? Ich weiß das nicht. Diese Bits hier, das nervt mich so sehr. Ja, der ist schnell. Ja. Nein. Das war's für heute. Ups, da wollte ich nicht hin. Das war's für heute. Wo kommt die Plattform runter? Fährt die soweit? Das war's für heute. Ich muss jetzt ganz viel rumprobieren. Ich brauche erstmal einen guten Start und der fehlt gerade noch komplett. Ja, die Plattform ist natürlich jetzt schon zu wild, weil sie natürlich auch so gut passen muss mit der 2. Das passt ja leider auch nicht. Das war's für heute. Das ist ja nicht so wild. So ein Nintendo-Level, da baust du irgendwie, Hauptsache sieht's schön aus. Spielerisch war ja da gar nicht die Frage, wie gut das ist. Also ich meine, das heißt einfach gar nicht die Frage. Die Level sind gut, um Gottes Willen verstehe ich mich nicht falsch. Ich meine nur, das ist glaube ich nicht so... Wir nehmen jetzt mal die Blöcke, die einzelnen, wegen der Stachel. Ich glaube so ein Adventure Level kannst du schon schnell machen. Solange das schön aussieht. Secret World war schon saftig, ja. Aber es passt halt einfach wieder Timing-Technisch gar nicht, ne? Es passt halt gar nicht. Was macht denn die 50er Plattform? Grey Plattform, ist das einfach nur... Ich weiß es nicht mehr. Ist das die, die einfach fällt? Ja ne? Cyprus-Hild Moin. Okay. Das Problem ist, dass mir die zu groß ist. Cypress Hill, Moin. Okay, die geht schon mal gar nicht so. Ist das nicht entspannt? Ich glaube, das ist ziemlich entspannt. Das macht auch Druck, dass du am Anfang auf der Stelle dich nach rechts bewegst. Wenn ich den hier hin mache, kann ich instant nach rechts halten und spinnen. Ups. Ja. Das ist gut. Moment, Moment, zack. Die Frage ist, würde man versuchen, oben durchzuspringen oder sollte ich da dicht machen? Also das ist natürlich jetzt alles noch Kappes hier nach der Piranha Pflanze. Wahrscheinlich wäre es schlau, hier zuzumachen. Ne, Xen Custom Sprites. Das ist gut. Äh, das ist gut. Und den hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen später. Was ist, wenn ich das auf 10 stelle? Ein Knochen, Yoshi. Vielleicht ganz am Ende kommt der einfach runter oder so. A. A. Es hat sich jetzt irgendwas getan hier. Ich verstehe das nicht, die Zahl. Die sollte ja eigentlich die Verzögerung. Kommt das jetzt später raus? Ich erkenne das nicht. Oh, Secret Exit, Leute. Was haltet ihr davon? Achtung. Da oben. Ja, kommt später raus. Okay. Ich weiß nicht, ob das triggert, dass du aus Versehen zweimal den Schalter drückst. Durchaus möglich. Wurde gerade schon vorgeschlagen. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich einen Shell-Jump überhaupt machen will da. Also, das ist jetzt einfach mal so da platziert. Ja, das triggert ein bisschen mit dem Schalter. Aber ansonsten muss ich sagen, jetzt gerade optisch gefällt mir das jetzt Hammer. Also, alles ist cool. Ich mach das mal mit der Musik. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich keinen Riesenunterschied macht, weil es noch zu kurz ist. Aber fürs Gefühl. Ja, dieser Doppelschalter. Okay. Das kann man nicht machen. Das muss verhindert werden. So, und dann kommt die einfach ein bisschen später. Dann müsste es passen. Ja, ob das jetzt die finale Musik bleibt, sei mal dahingestellt. Aber ich mag sie sehr. Ja, viel besser. Viel besser. Da muss er auch gar nicht weiter. Na ja, ich finde gerade der Anfang leitet schon sehr wüstig ein, oder? Oh, danke, Klimtner. Ich finde, jetzt gerade der Anfang von der Mucke ist schon sehr wüstenartig. im Morgen, lasst euch ein bisschen überraschen. Vielleicht mache ich auch noch mal Lunar Magic, weil ich gerade Bock drauf habe. Ist durchaus möglich. vielleicht gucke ich mir aber auch echt mal das Nia an. Weil ich das noch nie gespielt habe. Wisst ihr, was noch gute Sprites wären? Bowser Feuer. Zum draufspinnen. Nein, ich habe keinen Nia gespielt. Star Tropics? Das kommt ja jetzt nächsten Mittwoch. Das war mega. Oh. Macht das noch mehr Sinn? Als kein Japan-Fan wird es voll schwer für dich zu ertragen. Ist das so? Ja, ich bin kein Japan-Fan. Skullcraft 54 Monate. Junge. Boah, jetzt geht es richtig ab. Also jetzt ist der Start geil. Ich glaube, ich hätte Bock morgen auf... Vielleicht kommt auch SMW und Lunar Magic oder so. Ja, wir werden sehen. Ich lasse mich... Ich muss mal gucken. Ich gucke mir doch mal ein Review an oder so. Lasst euch ein bisschen überraschen. Bravely Default war sehr japanisch, aber ich habe es geliebt. Überlege gerade, ob die Decke hier konsequent wäre. Einfach, weil ich es gerade sehe. Ich glaube, ja. Es sieht viel schöner aus, irgendwie. Ja, ich bin gespannt auf Nia. Stimmt, für Secret Exit braucht man das, ne? Naja, stimmt. Ich bin gespannt. Ich gucke mir das Nia noch mal an. Lasst euch ein bisschen überraschen. Ich gehe eigentlich davon aus, weil ich es gerne mal spielen wollte. Ist doch PS5, oder? Kommt doch auch auf der PS5 raus. Läuft in 60 Frames und so Shit. Aber Lunar Magic natürlich gerade auch heiß, finde ich. Ich muss mir noch mal Gedanken machen, was ich noch für Plattformen brauche oder was ich noch für Sprites brauche. Ja, PS4 ist ja gut. Ja, nicht PS5, aber 1080 mit 60 Frames, ja. Ich glaube, ich brauche, ich brauche definitiv normale Sprites für Normal Jump, also Goombas oder Molds, passend zu diesem Setting. Oder ich nehme Monty's, was auch ginge. Und Feuer wäre noch gut, das Bowserfeuer. Ist das nicht schon überhaupt, ist das nicht schon drin bei mir zufällig? Man sieht den Schalter nur schlecht. Ich kann auch die andere Palette nehmen, das stimmt. Der Schalter ist, hier der ist vielleicht schöner. Oh ja. Hier, jetzt passt es zu den zu den Schaltern. Sieht man es besser? Oder zu den Knöpfen? Hm, sei mal dahingestellt. Ein pinkes Fass wäre schlau, ja. Kröten mit grauen Panzern. Ich muss mal gucken. Drybones sind halt das Problem, man kann spinnen und Normal Jumps machen. Monty hast du schon überschrieben. Ja, den großen. Aber so einen kleinen Mole habe ich nicht überschrieben. Und selbst wenn, das kann man ja tatsächlich noch machen. Ja, groß nur eben. Die kleinen, so für Normal Jumps halt. Das meine ich. Ich brauche irgendwas, um normalen Sprung zu forcen. Ja, der Drabber macht halt keinen Sinn. Wenn ich spinnen kann und Normal Jump, dann macht es ja keinen Sinn spielerisch. Ich will ja jemanden, ein Sprite, wo man definitiv nur normal drauf springen kann. Sonst fail. Naja. So, aber das ist der Start. Ist natürlich noch nicht viel drin. Oder ein Kettenhund, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ein Chain Chomp als Skelettkopf. Boah, ich glaube, ich muss morgen auch nochmal Luna machen. Naja, Sterne. Ja, ich sitze bestimmt heute Abend auch nochmal dran und bereite Sachen vor. Lasst euch ein bisschen überraschen, Leute. Ich mache jetzt aus, denn heute Abend ist wieder Spielerabend, wie jeden Donnerstag. Morgen um 14 Uhr bin ich da. Äh, Nia, vielleicht. Oder Luna oder SMW. Diese drei Sachen stehen zur Auswahl. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Dankeschön. Jetzt muss Essen bestellt werden, weil ich habe maximalen Kohldampf. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr. Vielen Dank für euren Support, wie immer. Tausend Dank. Und, äh, wenn ihr Lust habt, seid ihr morgen dabei um 14 Uhr. Mit entweder SMW, Luna oder Nia. Tschüssikowski, Horido. Und, äh, träumt hoffentlich von diesem Drybone-Pokey, der einfach schön geworden ist. Tschüss, bis Moin. Dann könnt ihr auch mal, ihr müsst doch nicht immer so nett sein, ne? Dann könnt ihr mal schreien und sagen, ey, Moin, so, jetzt reicht mir jetzt langsam. Kein Bock mehr zu warten. Ihr könnt die mal richtig da reinflamen. Leck mich doch am Arsch! Ich lasse wieder auf. Kein Bock mehr. Subtei. Du musst das mal richtig machen, says, Teufl have져라, Also, denn Shapradi terrorists sind dort gestern. Und, wie baby Sitz, dass du damit mit dem Weg rkach corruption geht, trotten daran, und bayern dasоронigen lumpen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.